Willkommen zu einem neuen Video und es ist soweit House of Ashes ist endlich da. Wir haben ja schon Little Hope und Man of Medan gespielt und Until Dawn auf diesem Kanal. Deswegen freue ich mich umso mehr und ich werde dieses Game zusammen mit Papo durchspielen. Wir werden uns, wenn wir nicht zusammen sind, muten und sobald unsere Wege sich kreuzen, werden wir miteinander sprechen. Der Chat eskaliert gerade richtig und sagt euch allen Hallos, mega süß. Kommt gerne vorbei auf www.fitch.tv-live. Würde mich sehr freuen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ich habe Bock und los geht's. Und lass ein Abo da. Denn sie sehen Wind und werden Sturm ernannten. Hosea, Kapitel, ich habe es nicht gelesen. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Ja, das ist wie im Leben. Wie im echten Leben. Ja, hast du überlegt gut, ob du in der Folge mich abfuckst. Ja, ich hoffe es nicht. Ich habe es ja letztes Mal, als wir die Demo gespielt haben, schon gelernt. Du lässt dich lang mit dir fackeln, ne? Andere sind tödlich. Okay, sie sind gegen ihr die Bede. Wähle weise. Okay. Wähle Scheiße. Ey. Oh. Ui, hui. Moin. Der hat aber ein dead, dead Blick im Gesicht. Der ist auch, oh mein Gott. Ja, vielleicht. Maybe. Ja, ich glaube. Oh. 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 Okay. Bitch slap. Nein, ich will nicht sterben. Schweig. Deine Worte bedeuten hier nichts. Dein Blut begleicht die Forderung des Königs. Dein Opfer wird seinen Fluch aufheben. General Baratou. Vergift mir, Herr. Der König verlaut eurer Anwesenheit. Echt? Ja. Ich bin Baratou. Die Götter sind gnädig. Vorerst. Ich kümmere mich später um ihn. Schaff ihn weg. Das. Nein. Kein Glück für diese Hunde. Okay, chillig, chillig. Das ist 2000 Jahre vor Christus, ne? Mhm. Danke, Nadine. Trage ich, warte mal, trage ich ein Kettenhimd als Bart? Ist das echt? Ja, das sieht so aus. Wo hast du das gestohlen, Guter? Wen hast du wohl für dieses Kleinod getötet? Ich bin kein Dieb. Da wärst du der Einzige von euch. Ein Dieb oder ein Lügner? Das hat dein Volk nie gemacht. Ihr könnt euch ja nicht einmal das Hinterteil abwischen. Das gehört mir. Du hast hier keine Rechte. Alles gehört den Söhnen von Naramsin. Die Amigutiums. Vielleicht hast du ja doch noch Glück. Du kannst deine Leute schreien hören, wenn sie vergehen. Oh. Ähm. Ja? Ich muss auswählen. Ich sag ängstlich, habt Erbarmen. Vergeht mir. Hab Gnade. Wo bist du denn gerade? Ich habe euch nichts getan. Ach so, du bist irgendwo anders? Oh, ich glaub wir sind woanders, ja. Okay, Juden. Geil. Manchecken wir's nicht. Ihr Guteer seid ein Schandweg auf dieser Welt. Ein nutzloses Rudel wilder Hunde. Zu dumm, um zu überleben. Meinst du? Oh. Oh. Quicktime-Event des Grauns. Ah! Oh, oh. Really? Really? Oh Gott, echt? Oh Gott! Oh! Hätte ich das machen... Hätte ich nicht machen müssen, oder? Hätte ich das machen müssen? Ich kann das Spiel gerne etwas lauter drehen, wenn ihr wollt. Ein Schlüssel! Da stand auch, du musst nicht angreifen. Ach, du Scheiße. Alter, bist du gut im Töten. Du hattest wohl recht. Ich bin ein Dieb. Finde einen Ausweg. General, wir sollten hier weg. Der König, sein Wahnsinn wird uns alle verschlingen. Der Tempel ist verflucht. Er sterbe ich an diesem Ort, als dort draußen der Pest anheim zu fallen. Wir haben unsere Befehle. Ich glaube, dass wir gerade den Ursprung des Bösen aus diesem Teil entdecken. Dass das, was wir jetzt hier sehen... Der Mondgott schickt dich, um mein Reich zu zerstören. Ich weiß es, Mädchen. Ich sehe alles. Sieh dich nur um. Wieg diese Halle, denn nicht alle meine Sünden auch? Schätzen die Götter diesen Ruhm nicht? Die Goteer kommen, General. Der Mondgott schickt eine Armee, uns zu zerstören. Ich sammle sofort unsere Streitkräfte. Gut. Kunde von dort unten? Das sind hunderte Gefangene, mein König. Ihr Opfer wird Zeit brauchen. Zeit haben wir nicht mehr. Sei es drum. Das Blut dieser Armee wird den Sand tränken. Das Opfer wird erbracht werden. Fangt mit der hier an. Sag hier, General. Erinnert sie euch an jemanden? Mein König? Gemahnt sie nicht etwas an eure eigene Tochter. Wie alt wäre sie jetzt? 18. 18? Diese Pest ist eine solche Tragödie. Tötet sie. Wäre es euch lieber, wenn ich euch opfern würde? Ihr habt euren Befehl. Tötet sie. Ah. 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 die arme ihr habt zu lange nur die schafe im kerker getötet baller 2 ihr schwächelt schon lädt es bei dir auch gerade nur ein mädchen nicht noch im game mädchen ich sehe nur ein guter dämon wenn ihr nicht in meinem namen töten könnt dann werdet ihr für ihn sterben general kämpft gut die arme wie der da sitzt und erst mal bräunen oh sonnfensternis Aha! Ah! Danke für die Saps! Oh, der wurde getötet. Kann das sein, dass das Papu ist? Nein, nein, nicht! Hilf mir gut her! Ist das Papu? Ich glaube schon, ne? Was lauert dort? Was hat die Akada getan, um so gestraft zu werden? Wir wurden verflucht. Unser König hat uns verflucht. Wir dachten, ihr werdet erflucht. Das war falsch. Mein Herr stürmte den Tempel in Nippur. Er baut diesen Tempel, um Buße zu tun. Aber die Götter erhören ihn nicht. Und nun ist auch er verstummt. Auch nach dem Tod meiner Tochter sah ich es nicht. Folg deinem Narren zum Abgrund. Sein Ruin ist nicht unserer. Das ist dein Tempel. Was können wir tun? Da ist ein Weg durch die Katakomben. Dir soll ich vertrauen? Du hast keine Wahl. Akada, warte! Bist du gerade mit mir in der Halle, Papu? Ja. Du spielst den Typen, der die Fackel hat, oder? Wahrscheinlich gleich, ja. Okay. Ich bin der andere. Ab geht's in den Untergrund. Toll. Ich will jetzt steuern. Ich will jetzt auch ehrlich spielen. Weißt du, wir werden best friends? Okay, ich muss B-spammen. Ja, ich auch. Ich hab's geschafft. Ich auch. Ich bin so schnell im Spam, ey. Ja. Das hab ich bei It Takes Two schon bemerkt. Als wir den Elefanten getötet haben. Die beste Szene im ganzen Spiel. Das war wirklich geil. Kleiner Spoiler. Oh Gott. Wem? Oh oh. Wir müssen wahrscheinlich wieder hier im Takt drücken oder so gleich, ne? Ja. Das kann ich nicht. Oh nein. Oh Gott, nein. Papu. Denk dran. Letztes Mal. Ah. Papu, das warst du, oder? Ich glaub schon, ja. Nein. Oh, wir hatten Glück. Es war nur eine Ratte. Einer Kader? Hat Angst vor einer Ratte? Jetzt hab ich alles gesehen. Ich weiß, es wird nochmal kommen, ne? Wir werden sterben. Wir müssen weiter. Keine Zeit zu verlieren. Ich werde uns alle umbringen. Ist ja gerade nur Tutorial, ne? Okay, gedrückt halten und dann kann ich das so drehen. Du bist so anfasst. Ich will es auch berühren. Du hast es hingeschmissen. Ich kann es gar nicht anfassen. Liegt direkt vor dir. Kann es gar nicht anfassen. Ich bin mal unten. Ja, es war nur kurz ein Käfer an Ska, wie es da rausgekommen ist. Okay, jetzt können wir steuern. Geil. Nice. Hier grenzt was. Das guckert mir doch gleich mal an. Meinst du, wir werden best friends in diesem Spiel? Ich hoffe, wenn du es schaffst, richtig zu atmen. Warte mal, ich häng fest. Ah, never mind. Okay, es geht weiter. Okay, das könnte anscheinend versteckte Informationen beinhalten hier. Das sagt mir aber nichts. Okay. Das hier hat mir gerade eine Vision angezeigt. Das solltest du dir vielleicht auch noch angucken. Papu hat eine Steintafel aufgehoben, steht da. Ja, eine Steintafel. Das Rollenfeld. Oh, da war ich richtig insecure. Das war das erste Mal, was du mit uns aufgehoben hast, ne? Ich möchte noch eine Sache kurz sagen, Gnu. Alles, was heute passiert, ne, ist zum Wohle des Spiels. Und das hat nichts mit uns persönlich zu tun. Ich sag dir, wenn der seidene Faden wieder reißen soll, dann weißt du, was du sagen musst. Naja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also, ich glaube, es ist halt wichtig, dass die Charaktere sich mögen. Weil wenn wir es nicht mögen, dann kann es tatsächlich sein, dass in einer krassen Situation einer der Charaktere, wie ein Until Dawn, dir dann halt die Tür aufmacht. Du bist halt tot. Hast du die Steintafel auch angeguckt jetzt? Äh, hier ist noch irgendwas, was ich, glaube ich, anschauen kann, so. Genau, das ist die Steintafel. Genau, die habe ich schon angeglutscht. Okay, ich würde jetzt mit dem Feuer einmal... Okay. Ähm, gut. Dann haben wir jetzt, glaube ich, alles gesehen und können wieder... Wo müssen wir jetzt... Warte mal, müssen wir jetzt hier runter? Nee, oder? Vielleicht oben? Kamera vielleicht irgendwas oben? Diese Steintafel hier hat er vorhin irgendwas gesagt. Okay, vielleicht müssen wir da zusammen hin. Wie du da einfach durchs Bild läufst. Der Strom auf Nepur. Warum hat er den Tempel geplündert? Es sind doch immer die gleichen Gründe. Für Gold. Für Ruhm. Und Ehre. Aus Gier. Ja, wie immer. Der Mann, der sich dies als erkämpfert war. Gnudron. Gnudron! Gnudron! Okay, also wir können es hier nichts weiter machen, oder? Hier vielleicht irgendwas? Irgendein Schalter? Irgendwas drücken? Oh! Hier drüben! Alles gut. Also kannst du da was machen, oder? Ich kann, glaube ich, die Tür drücken. Ah, genau. Du musst zu mir zur Tür kommen. Ich komme. Andere Richtung. Ja. Hey, sind wir nicht gerade durch diese Tür reingegangen? Nee, ich glaube... Oder? Ich glaube, drüben ist noch eine. Es gibt ja keine andere Tür. Habe ich das falsch gesehen. Hinterfrag das Spiel nicht! Ja, sorry. Okay. Ich würde sagen, dann gehe ich zuerst, oder? Oh Gott, da hat es bestimmt versteckte Fallen. Oh, du triffst eine Entscheidung. Okay. Ich bin nett. Ich bin leidenschaftlich. Ihr Akada habt abgekämpft, um ein Volk auszulöschen. Aber ihr solltet wissen, unsere Geschichte beginnt erst. Wie kommen wir hier lebend raus? Okay, äh... Ich bin... Wir sind ein Team. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja. Oh, wir haben Pluspunkte gemacht. Romantisch. Und jetzt küsst er euch. Und jetzt darfst du die Braut küssen. Es gibt immer Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung. Und jetzt töd ich dich. Ja, aber... Wie tiefsinnig. Aber warte, ich will nicht vorgehen, Papu. Du gehst vor. Ja, ich hab doch gesagt, ich geh vor. Alles gut. Wie viele Wege führen in das Graben? Wie viele Wege führen nach Rom, ist die Frage. Wir sind hier nicht allein. Ja, wer ist denn noch hier? Okay. Nichts gefunden? Oh. Oh, oh, die Tür geht von innen auf. Das bedeutet... Irgendjemand ist drinnen. Oh, ich hab ein bisschen Angst genommen. Ich auch. Ich überlebe das nicht. Oh, oh. Oh, no. Der will doch nur ne Maniküre. Lass den doch. Okay, was? Oh, fuck. Oh, spam! Ah! Oh, ja. Ich hab auch so gespammt. Warum ist es aber immer so dunkel? Ich verstehe es nicht. Keine Zeit mehr. Es hat uns. Warte! Ich habe es! Götter, vergeben mir. Denn ich habe gesündigt. Oh Gott, lass mich jetzt gegen die Tür knallen, oder? Uns bleibt nur eins. Gemeinsam kämpfen. Nein! Okay. Wenn wir beide fliehen, sterben wir beide. Zieh dein Schwert. Oh Gott. Kämpfen, verraten, kämpfen. Oh, oh, oh. Ich kämpfe auch. Okay, komm, wir machen's zusammen. Wir sind Kämpfer. Together we made it. Ich hab dich verarscht. Ich bin weg. Nein, echt? Nein. Okay, ich hab zu schaffen. Ich bin kein Event, sehr gut. Hab's noch mal geschafft. Sehr gut. Ich hab ihn. Geil. Ja, du hast ihn auch. Oh, wie du auf ihn draufschlägst. Du machst das großartig genug. Das macht er halt grad von allein. Achso. Oh, jetzt. Oh nein, ich hab meinen Einsatz verkackt. Nein! Never mind. He gone. Hey, ich hab einmal nicht hingeschaut. Wieso lässt du mich allein? Papo. Tue ich nicht. Tue ich nicht. Wenn ich den Scheiben noch treffen darf, dann tue ich es nicht. Papo, bitte hilf mich. Ich hab nur einmal die P gedrückt. Hm. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein! Nein! Oh nein! Ja gut, dann äh... Bye! Verdammte Scheiße! Oh, da kommt noch einer. Ich glaub, dann bist du jetzt auch Dad. Na super. Okay, wir konnten beide nicht entkommen. Ruf nochmal Glück. Das weißt du nicht. Dad. Oh, oh. Wir los. Intro time! Copyright Musik! Okay, 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 okay. Mach bitte! Ich hab die Musik ausgemacht und ich muss sie sonst eh aufs YouTube entfernen. driven obtained. Nicht schlecht! Nicht schlecht. He's bad as end. Walking in slow motion. Oh, Dad. Ich mach mal die Tür zu. Oh, Dad. Oh, Dad. Ist das wirklich Copyrighted-Musik? Ja. Oder ist das Musik extra gemacht fürs Game? Nein. Hast du gerade gefurzt? Äh, nein. Aber ich wollte ihn nicht. Okay, der Typ redet gleich, deswegen... Kann man das überspringen? Ist doch voll die epische, der kommt immer. Das ist der Geschichtenerzähler, der hat zum Beispiel auch Little Hope erzählt, Man of Medan. Und jetzt erzählt er uns gleich diese Story. Ja. Er ist eigentlich ein cooler Dude, ne? Ja. Ist doch ein Schauspieler. Wirklich? Ja. Welcher Schauspieler ist das nochmal, Leute? Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ein Feschi. Ja. Ich habe auf jeden Fall ein Bild von ihm mal gescreenshotet, weil es über das nice Meme war. Echt? Wo er so ganz komisch verschmitzt gegrinst hat. So wie jetzt. Nee, gerade ist einfach nur Badass. Der erinnert mich an den Perversen von Heavy Rain, der alte Opa, der einen mit ins Haus nehmen will und dann umbringen möchte im Keller. Okay. Let's go. Es geht weiter. Ihr Überleben hängt von Ihren Entscheidungen an. Ihre Entscheidungen führen Sie wie ein Kompass durchs Unbekannte. Aha, Hinweis, Kompass, okay. Finden Sie den Weg zur Erlösung? Oder verlieren Sie sich im Dunkeln auf ewig? Ich möchte offen sein. Sie werden äußerst schwere Entscheidungen treffen. Diese werden das Leben anderer beeinflussen. Was diese Entscheidung wird sich zeigen mit der Zeit. Ich bin Papo. Und jeden Fehler, den Sie machen. Aha, es ist so ein Fingerzeiger, ja? Das ist mir falsch gemacht. Er hat ganz schön breite Schultern. Ja. Ich würde ihn trotzdem nehmen. Und dieser Booty. Alter, der Booty war ja juicy. Ja? Das war voll. Leben und Tod. Guck mal, da ist noch ein viertes Buch, ne? Echt? Ja. Wer ist die alte Frau vom Fenster? War da eine? Seelen getrieben von selben Verlangen. Poetisch, nicht wahr? Manche Entscheidungen lassen Sie näher zusammenrücken. Andere spalten Sie. Wie meine Axt, dein Kopf. Ich habe X-Faktor-Flashbacks. Ja. Ich möchte Ihnen einen Rat geben. Alter, Jonathan. In der Geschichte begegnen Ihnen die Verse. Der als Erzähler wäre nice. Bilder, die einen möglichen Ausgang andeuten. Ich schlage vor, Sie schauen genau hin. Denn Sie könnten auf eine unglückselige Zukunft hinwarten. Doch leider bleibt uns keine Zeit mehr. Wenn wir uns wiedersehen, erfahren wir, wie Sie sich schlagen. Oder scheitern. Okay. Nice. Nice. Duckface am Ende. Nice. Nice. Der Ton schwankt voll. Ja, der Tonschrank wirklich. Bei mir wird gerade vorgeschlagen, dass es ein bisschen lauter machen soll. Ja, mit mir auch. Lauter, leise, lauter, leise. Ja, also Musik ist halt extrem laut. Und sein Gerät ist halt sehr leise. Oh, oh, hä? Oh, du bist mit dem zusammen. Was ist Marine? Was? Du bist mit dem zusammen. Mit wem? Mit dem Typen vom letzten Mal. Du bist gar nicht mit mir zusammen. Hast du gesehen? Oder bist du gerade woanders? Ich glaube, ich bin mit dem Helikopter gelandet. Okay, wir sehen uns. Bis dann. Oh. Ach so, die hat schon eine Neuen. Ich habe nur die Demo gespielt. Ich dachte, das war's. Die letzten Wochen. Du, du hast mir gut getan. Wer weiß, wo ich ohne dich wäre. Rachel King? Colonel King ist auf dem Stützpunkt, Ma'am. Er ist gleich im Besprechungszimmer. Fünf Minuten. Fuck, er ist da. Zu früh. Dein Ehemann? Solltest du es ihm nicht mal sagen? Los, zieh dich wieder an. Rachel. Erzählst du es ihm jetzt oder nicht? Du und Eric seid seit einem Jahr getrennt. Was da auch war, es muss vorbei sein. Ehrlich. Widerwillig, wir sollten es aufs Eis legen. Ich bringe es ihm schon bei. Ich bin beruhigend. Ich finde... Es ist einfach kein guter Zeitpunkt. Es ist nie ein guter Zeitpunkt. Zahlt die Frage, ist er mein Schnabelhäschen oder sind wir ehrlich zusammen? Bald. Ich glaube, wir sind zusammen. Na, da muss sie sich entscheiden. Auf zur Besprechung. Shit. Okay, ich mach mal kurz Untertitel rein. Das wollen einige. Damit nicht wieder, wie letztes Mal, so ein paar dumme... Ich kann gerade nicht... Weil es hier so hell ist, kann ich gerade nicht die Steuerung sehen. Ist das doof. Fortsetzen. So. Ach so, ups. Bei ihm stoppt es ja dann auch, ne? Ups. Das wusste ich nicht. Ich stelle es gleich ein, wenn Papu mit dabei ist, dass wir Untertitel haben. Sonst störe ich ihn. So, ansehen. Was gibt es hier? Ihr courage, your willingness to face danger for your country and for each other made this day possible. Because of you, our nation is more secure. Because of you, the tyrant has fallen and Iraq is free. Ähm, wenn man da mal in die Zukunft hätte gucken können, ne? So, vertraulich, Verschlusssache, Datum 23.03.2003. Rachel King, der Director of Operations, bestätigt hiermit ihren Einsatz im Irak zur Unterstützung der Survey Group bei der Suche nach Massenvernichtungswaffen. Verantwortlichkeiten, Leitung von Einsätzen als amtierender CEO der US-Marine Force Recon. Auswertung von Satellitenaufnahmen aus dem Cialus-Programm zur Aufspürung von WMD-Lagerstätten. Aufbau von Kooperationen zwischen Rebellen und Koalisationsstreitkräften. Ihr Einsatz beginnt am 25. März um 8 Uhr. Auch immer so früh. So. Was war das gerade für ein komischer Clip? Ah, okay. Ist einfach nur, weil ich weggegangen bin. So. Der Typ von Man of Medan, der mit der Brille. Äh, welcher mit der Brille? Also, ich weiß ja durch die Demo, ich sag's euch jetzt nicht, was mit ihr ist, aber ich bin gerade sehr erstaunt, dass sie, ja, wie soll ich sagen, jemanden hat. Alles klar, genug Kälbchen. Okay, Rachel und Eric. Das ist wahrscheinlich jetzt mein Ex-Partner, ne? Ja. Dem war ich sehr glücklich und verheiratet, aber es ist nicht mehr. Warum, werden wir sicherlich noch erfahren. Der kommt jetzt aber auch gleich zum Einsatz. Das wird schönes Liebesdrama. Oh Gott, wahrscheinlich muss ich mich am Ende zwischen meinem neuen Freund und dem Ehemann entscheiden. Oder dem Geschiedenen. Da bin ich einmal gespannt. Oh, girl, was machst du? Ich hab sogar noch den Ring. Äh, ich häng noch voll an den, ne? Und der andere ist nur anlegen, weggehen. Boah, scheiße. Ach, das kann ich nicht machen. Ich hab einen Partner. Ich find, irgendwann muss man sich auch entscheiden. Jetzt irgendeinen anderen ausnutzen, weil man sich nicht entscheiden kann. So als zwischendrin mal, find ich ein bisschen blöd. Dann lass ihn aus. Also kannst jetzt nicht, weil dein Ehemann kommt, deinen Ring wieder anziehen, obwohl du Partner ist. Also komm. Entscheide dich. So, okay. Lass uns mal zur Tür gehen. Ich glaub, ich mit Papo werden uns richtig streiten. Oh. Ist das Spiel bei dir auch gefreezt? Nee, bei mir ist pausiert. Okay, mach mal weiter. Vielleicht, äh, muss ich noch aufholen oder so. Ah, okay, das kann sein. Nee, ich glaub, bei mir ist tatsächlich einfach die Szene gefreezt. Aber spiel mal weiter, vielleicht komm ich gleich zu dir. Okay. Nö, mein Spiel ist ja sichtlich gefreezt, also die Mensch... Ah, jetzt. Ja, das ist die Schauspielerin von Highschool Musical. Oh, da ist er doch. Hallo. Eric King-Leutnant, dein Ex-Mann. Colonel, was? Genervt, lässig. Geht's bei dir jetzt weiter? Hat sich die Arbeit doch gelohnt, was? Ja. Okay. Gab's da Zweifel? Du bist er, gell? Ich bin er, ja. Ähm. Oh, so wendet sich das Blatt. Stimmt, ich hätte dir Bescheid sagen sollen. Mein Fehler. Alles eskalierte, ich musste schnell handeln. Ich schulde es meinem Team, einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, Rachel, aber CENTCOM gab den Befehl. Befehl? Ich bin jetzt Commanding Officer. Wollte nicht, dass du es so erfährst. Ehrlich. Tut mir leid, Rach. Irgendwie bezweifle ich das sehr. Okay. Warum? Keine Ahnung. Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt. Ich brauche Netzwerkzugang. Ich stelle sie durch. Name? Dr. Stokes. Ich mache es abhängig davon, wie die Person sich mir gegenüber verhält. Guter Punkt. Weil gerade eben hat sich einer so richtig stoppiert. Dr. Stokes ist die Präsentation vor. Und ich bin halt Commander, dann habe ich gesagt. Ja, okay, das verstehe ich. Du hast was gefunden? Welcher war das? Äh, einer mit Brille. Ah, okay. Ist noch einige wieder von Little Hope dabei, von Schauspielern. Ist das moderne Kunst? Ja. Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos-Programm. Und das soll mir irgendwas sagen? Ein thermisches Satellitensystem, das ich protegiert habe. Oh, beeindruckend. Dann protegieren Sie. Benehmen Sie sich immer so, Corporal. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Nichts für ungut. Nun gut. Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Aber das muss natürlich noch näher untersucht werden. Wir haben dich, du Hundesohn. Sandcom hat grünes Licht für den Zugriff und die Beschlagnahmung aller Waffen gegeben. Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der Republikanischen Garde. Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen. Es ist Eile geboten. Die Army nimmt uns in ihren Helis mit. Bei Ankunft führt Lieutenant Kolchek den Sturm auf das Lager an. Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch. Aufgepasst! Es gab einen Führungswechsel, aber das hat am Wert von Rachels Missionsverständnis und Ortskunde nichts geändert. Sie fliegt mit uns und wird so respektvoll behandelt wie zuvor. Gibt es Fragen? Worauf warten wir noch? Bereit! Das ist Stammesland da draußen, Körne. Machen Sie sich nichts vor. Das sind Wilde. Bekommen wir Luftunterstützung? Nein. Zu viele Vögel lassen uns auflegen. Schnell rein, schnell wieder raus. Das hat deine Mama auch zu mir gesagt. Hey, Vorsicht! Hätte ich nicht schnell rausgezogen, wäre ich jetzt dein Papst. Nice! Okay, das reicht, Mervin. Typische Männerfreundschaft. Was meinen Sie? Sollen wir Luftunterstützung holen oder lieber nicht? Was sagst du? Boah, ich glaube, das ist bestimmt entscheidend fürs Ende, oder? Lass uns Luftunterstützung holen. Dann sterben. Ich beantrage Luftunterstützung für alle Fälle. Oh? Unsere Vögel fliegen unter dem Radar. Das Lager ist im Sarkos-Gebirge. Wir haben ausreichend Deckung. Nice. Wir halten uns bis zur Sicherung bedeckt. Melden wir uns binnen 24 Stunden nicht zurück. Ich schaue nicht recht, wir sterben einfach am Ende, weil die Bomben kommen. In der Zeit kann eine Menge passieren. In der Zeit kein Weichei. Ich meine ja nur. Deswegen führen wir Krieg. Deswegen stehen wir jeden Morgen wieder auf. Denk daran, Ladies und Gentlemen. So halten wir Saddam vom Einsatz dieser Waffen ab. Okay. Wir fliegen in einer Stunde. Wegtreten. Wen denn? Die Geringverdiener. Oh, weg damit. Bin dabei. Ich weiß nicht. Hier stimmt was nicht. Ich habe so ein komisches Kribbeln im Nacken. Okay. Vielleicht müssen wir mal wieder duschen. Das ist ein bisschen. Eine Massage wird das schon wieder richten, oder? Ich meine es ernst. Ich habe da ein mieses Gefühl. Das kommt davon, wenn du zu viel mit Eric rumhängst. Können sie irgendwas tun? Was war denn das für ein Blick? Ich lade die neuen Satelliten da runter. Offenbar brauchen sie kurz Zeit allein. Danke, Clarice. Das fand sie nicht so cool. Okay. Ich habe gerade gesagt, die Augen sind mega nice. Wir müssen reden. Ja. Ich muss dir etwas sagen. Das fand sie gut aus. Hör zu. Deine Operation zu übernehmen, war nicht meine Entscheidung. Okay. Wir haben uns sehr lange nicht mehr gesehen. Eric. Romantisch. Es gab keinen Tag, an dem ich dich nicht vermisst habe. Ich wollte dich immer bei mir haben. Außer sonntags. Ich habe dich so vermisst, Rage. Das Poker-Tag. Es geht hier nicht um uns, Eric. Ich will einfach, dass es wieder so wird wie früher. Was wir hatten, es lief nicht so toll zwischen uns. Wir haben viel erlebt. Viel Schlimmeres. Okay. Okay, du triffst da so eine Entscheidung jetzt, ja? Okay. Das merke ich mir. Oh, ich weiß nicht. Ich bin so eine Bitch. Bitte, Eric. Wir reden, wenn wir Zeit haben. Aber nicht hier. Und nicht so. Ja, ist vernünftig. Du trägst deinen Ehering nicht. Oh Gott. Unangenehm. Hey, vorsichtig damit. Oh, Mist. Sorry. Kein Problem. Was ist denn in der Zauberkiste? Ne, Atombombe. Sag, was ist das? UV-Licht. Wir suchen damit nach Sprengstoffen. Ah, die sind... Darf ich mal? Ja. UV-Licht. Wir langen auf den Downloads, Lerese. Ich brauche ihn schnell. Ja, glaube ich auch. Sind fünf Minuten schnell genug für Sie? Download läuft noch. Ja, das ist Ashley Tissdale an alle die Fragen. Nicht die beste Bandbreite. Ashley. Das wird schon reichen. Können Sie das unterzeichnen? Hä? Die Ausrüstungsfreigabe. Bitte. Oh, klar. Ah, jetzt hat er deine Unterschrift gefälscht, ne? Prüf die Geräte. Er wird so viel Einkommen machen. Ja, verstanden. Oh, ich bin Frodo. Was? Wer bist du? Ich bin Frodo. Ich habe den Ring. Oh, jetzt können wir spielen. Cool. Genug bist du. Oh, bleib stehen. Oh Gott, nein. Ich fühle mich so schlecht. Ich habe ein Geheimnis, das ich dir jetzt noch nicht sagen kann, Papo. Ich weiß das Geheimnis schon. Echt? Was? Ja, es gibt eine Sache, die wurde mir schon gespeudert, aber ich werde nicht sagen. Phosphor-Gran hatten? Sind die nicht. Eingeschränkt legal. Um Rauch zu erdeugen, sind sie okay. Das lese ich mir jetzt nicht durch. Falls ihr das lesen wollt, könnt ihr hier gerne pausieren. Wie funktionieren die? Hm. Standard 40 mm Phosphor-Patrone. Zur Zielmarkierung, Vernebelung oder um Zimmer zu räumen. Wird klein, aber produziert ne Menge Rauch und brennt wie Hölle. Danke für die Nachhilfe. Kein Problem. Okay. Prüfen wir alles nochmal. Ui, ui, ui. Wieso sind meine Haare auf einmal braun? War ich nicht die ganze Zeit... Ach, jetzt ist es wieder blond. In Cutscenes musst du dich kurz umorientieren. S-Command, okay. Polish-Command. Wahrscheinlich sehr Liebe zum Detail in den ganzen Sachen drin, aber ob uns das wirklich irgendwas bringt dann zum Beenden des Spiels, ist die Frage, ne? Ja. Meinst du die Texte, oder? Ja, ja, und also alles so, was man so findet. Ja. Ich glaube, das ist halt Information, was machen wir da, was passiert. Ah, okay. Also es ist wirklich nach wahren Begebenheiten so ein bisschen, glaube ich. Weil es geht hier gerade um Präsident Bush. Genau, den habe ich auch vorhin gesehen, dass der halt gesagt hat, ja, Irak ist jetzt frei und alles. Ja, genau, das sagt er nämlich ja auch. Okay. Ich wusste, dass es einen Grund gibt, dass Sie mitkommen. Wie meinen Sie das? Einer muss doch die hübschen Knoten betten und den ganzen Scheiß. Hallo. Ich bleib jetzt hier, weil Sie stehen. Macht Ihnen Probleme, was? Vielleicht kriege ich Schuhe mit Klettverschluss für Sie, dass er spart das Binden. Oh. Warum bringen Sie mir das nicht einfach bei? Und wenn Sie schon knien? Was? Soll ich Ihnen noch den Hintern abwischen? Boah, der wird richtig sexistisch. Das habe ich vorhin bei Nick gesehen. Holy shit, was für ein Sack. Ja, das ist so dieses Macho-Gehabe, ne? Ja, schrecklich. Ja. So. Schöne Grüße gehen raus an Nick. Ich bin auch auf deiner Seite. Mann, Rachel. Sie sehen so sauer aus wie diese Jungs. Was ist? Beschissener Morgen. Ja, er hat gut Staub aufgewirbelt, was? Warum haben Sie mir das nie gesagt? Ich bin immer nachdenklich und nett. Wir kennen uns von der Akademie. Sie wissen schon. Unzertrennlich, nur Augen füreinander. Hand in Hand bereit, die Welt zu erobern. Ja, das klingt ziemlich erbärmlich. Okay. Aber wir haben illegale Waffen am Schaden. Ich glaube, der Typ mag uns nicht. Bist du da am Tisch gerade? Ja, es ist dieser Macho-Typ, glaube ich, den du meintest. Ich habe gerade mitgehört. Dieser Sack. Okay, ich glaube, ich habe alles angeklupscht. Sie sind mein Techniker. Hab von Ihnen gehört. Ah, da hinten ist noch was. Sie haben Selbstvertrauen, Corporal. Brauchen Sie Hilfe mit der Kletterausrüstung? Ich bin hier. Ich glaube, schon klar, Colonel. Ah, da habe ich auch die Zeitung mit Präsident Bush. Genau, ich würde mal ganz kurz Untertitel einstellen. Darf ich mit Start drücken? Ja, jetzt kannst du gerade das. Perfekt. Weil die hören halt dann auch... Okay, frech, dass du pausierst. Die sehen dann nämlich auch deine Sachen, die du sprichst, nochmal. Minimal... Minimal... An. Warte mal. Ich habe Untertitel, glaube ich, An, oder? So, ich habe es jetzt auch angestellt. Ich habe es jetzt auf Minimal gemacht. Hast du es auf An gemacht? Ich habe es jetzt angemacht, ja. Dass die mitlesen können. Weil manchmal hört man auch deine Dialoge nicht so gut. Dann können die deine Dialoge auch mitlesen. Ach so, das ist ja... Dann mache ich das jetzt auch so. Perfekt. Ich denke, das besser geht. Ja, es geht gleich los, Digga. Okay, ich glaube, ich muss nur noch mit einer... Okay, hier schwebt ein Koffer vor mir. Was? Wo? Genau hier. Nee, ich sehe das nicht. Oh mein Gott, wir haben einen Psychic... Psychic Ability Boy am Start. Und mir wackelt nur der Tisch. Denken Sie, wir sacken Chemie-Ali hier ein? Wenn er in der Nähe ist, schnappen wir ihn. Dann lohnt sich das Risiko fast. Fast. Ich würde trotzdem lieber am Schreibtisch sitzen. Wenn es hart wird, holt uns wenigstens die Luftunterstützung draus. So weit kommt es ganz sicher nicht. Wenn es hart wird. Sorry. Überraschen Sie das? Ich bin zwölf im Kopf. Ich auch. Ich glaube, wir müssen irgendwo raus, oder? Ah. Oh, ich glaube, wir haben jetzt alles gemacht und jetzt geht's los. Download fertig. Los zu den Helis. Also zwei habe ich auf jeden Fall schon erkannt vom letzten Game. Ey, ich hätte... Spielen die da wirklich nochmal mit? Ja, der mit der Brille und die... Die gerade downloadt und fertig gesagt hat. Wirklich? Das kann ich dir genau ansehen. Mhm. Was hältst du von ihm? Ich nehm an, du meinst unsere neuen CO? Netter Typ. Aber hier draußen bringt Ned nichts. Ich war nicht nett. Was hältst du von ihm? Wirkt irgendwie abgelenkt. Hast du auch die Szene mit den zwei Soldaten noch gesehen? Mhm. Okay. Die mögen uns nicht. Ja. Die heißen uns. Mich nicht, ne? Dich mag er... Oh, Musik! Papus Jason. Ok, nur Salim. Okay. Was bin ich? Salim ist der mit dem... mit dem Henning-Hut, ne? Ja. Ok. Hä, habe ich ein Fake-Bein? Ich sehe gerade nur mich. Zane! Eine geht's! Zane? Wir haben, glaube ich, verschiedene Szenen. Ich müde mich mal. So. Wir haben verschiedene Szenen. Danke fürs Sagen, meine Süßis. So. Ein Geschenki für... Herzlichen Glückwunsch für Geburtstag, Zane. Mein Sohn wird erwachsen. Oh, nein! Oh, ich habe schon eine Ahnung. Bitte nicht. Oh, no. Ich hasse sowas. Das wird ganz schrecklich. Ich bringe noch ein Geschenki mit. Sehr geehrter Herr Zane, Ihre Bewerbung um einen Studienplatz an der Highgate University im Studiengang Mythologie für das akademische Jahr 2002 bis 2004 wurde angenommen. Das Semester beginnt im 2. September 2003. Für den Antritt des Studienplatzes müssen sie nachfolgenden Bedingungen erfüllt werden. Oh, er wurde angenommen. Ich bin stolz auf Mention. Und der Titel ist an. Das sind... Oh, nee. Wieso ist das Bild kaputt? Hör auf. Oh, die Frau habe ich weggeknickt. Jetzt haben wir ein Gespräch zusammen, ne? Nein. Nee. Äh. Nee, noch nicht. Was? Okay, ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich mal hier rein. Oder? Wo ist er denn? Muss ich raus? Where's my son? Oder muss ich das Bild irgendwie aufknicken? I wear my sunglasses at night. Okay. Ah, hier geht's lang. Und die spielenden Kinder draußen. Wunderbarst. Das ist mein Bett? Wahrscheinlich. Okay. Dann gehen wir mal zu ihm rein. Ich glaube, das ist hier. Zane? Zane? Der Koffer ist weg, oder? Zane? Zane? Hallo. Hallo, ich bin Saliim. Saliim? Saliim, Garkun. Abu Zane. Ich habe was für ihn. Ich habe ihn, wenn ich ihn habe, wenn ich ihn habe. Ich habe ihn, wenn ich erinnere mich. Okay. Nein, 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 nein. Was ist der Moment? Ah! Du musst mit meinem Sohn sagen... Ich kann das nicht tun, Herr. Ich brauche mich. Das ist ein Problem, nicht ein Talab. Okay, okay. Ich habe dich verstanden. Ich verstehe. Stimmts, Herr. Du bist in Ordnung, Herr. In Ordnung, also des Oma! Ich bin der nächste message. Herr Captain! Ich glaube, die Sprache soll so sein, Leute. Das ist jetzt ja die andere Seite. Ich bin der Feind. Oder auch nicht. Finde ich auch. Es gibt ja eine andere Dimension, finde ich auch. Ich bin mal besorgt. Ich bin sehr gut. Wenn du dein Kind hast, etwas zu dir. Ich bin ein Schmack. Ich bin ein Schmack. Mein Vater braucht einen Schmack. Du sollst uns um uns zu sterben. Ich bin nicht so ein Schmack. Ich habe meine Eltern, ich habe ihn. Oh nein. Ich bin ein Schmack. Wir sind in einem Schmack. Wir sind in einem Schmack. Schau mal. Deine Frau, du kannst dich auf die Amerikaner. Ich bin das halt schon dreimal, wollte ich jetzt schon abhauen, ne? Wie geil ich Papo ausspioniere, ne? Ah, hier ist noch was. Oh, was machen die jetzt da? Oh Gott, bitte nicht. Eine Frau, ne? Eine Zivilistin. Ah, ist das eine Zivilistin? Ich kann nicht, was ich hier lege? Was ich ein Zeug? Ja, ich habe ein Zeug, was ich hier? Ich habe die Zivilistin. Ich weiß nicht, was ich hier? Ich verstehe. Ich weiß nicht, was ich wissen, die Leute, die Gewaltzellen? Sie sind das Zivilistin. Ich höre doch mal heulen in meinem Ohr. Oh, und auf wen ziele ich? Schockiert, das ist Selbstmord. Ich bin mal ein bisschen, weil ich schieße ja auf Papo, ne? Oh je, ich muss auf Papo schießen. Oh Gott, vergib mir, rebellisch, ich mach das nicht. Ich kann nicht auf Papo schießen. Oh Gott, ich weiß es nicht. Soll ich auf Papo schießen oder nicht? Ich sag mal nichts. Oh Gott, ich weiß es nicht. Fuck! Er saß! Hier Arschlöcher! Fuck! Scheiße, beschissener Scheiß! Haha, ich weiß es nicht. Siele identifiziert. Leite Angriff ein. Südwest nach Nord-Ost. Es ist doch ein... Ach so, kaputt von rechts. Ruck die Nasssack. Rachel! Wo bist du? Rachel! Halt! Warten Sie! Warten Sie! Das ist nicht, Herr! Hier ist mir轄 During und ... Mike, einen servit, endlich! Bote von Rightable, aber es lässt ihn nie zurückgehen. A, ah! A, A! A, 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 A! A, 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 A&M! Hätt ich's nicht gemacht, hätt's der Leutnant gemacht. 100 Pro hätte der dann geschossen. Papo weiß nicht, dass ich Lust war. Hey, das ist alles für den Sion. Ich bin dein Vater. Was haben wir, Feind? Oh mein Gott. Nein! Wir stehen unter schweren Beschuss. Ziele sind zur LZ-Kronto. Geht es noch schlimmer? Wir kommen! Wir kommen! Es wird auf einen anderen Spieler gewartet. Wer ist das wohl, der andere Spieler? Der Papu hat wohl noch Angst, sich zu bewegen. Das ist geil, das war einfach alles so, ja. Auf den Boden, sonst lasse ich dir deine verdammte Birne weg. Oh, der Arme. Papu schießt nicht, ne? Fuck! Spricht denn hier keiner unsere Sprache? Gut, Papu hat nicht geschossen. Schießt nicht daneben. Ich schieß nicht. Das ist ja Papu. Ich würde ihn gerne in Ass schießen, aber ich schieß nicht. Ich lade ihn weg, sag mal! Danke für dich! Ja, du doch! Ich habe auch den Zivilisten nicht erschossen. Ja, ich habe dafür nur den Heli abgeknallt. Was?! Gnug! Sonst hätte es der Leutnant gemacht. Irgendeiner hätte es eh getan. Ja, dann ab in den unteren Waffen. Ab ins Maul. Ja, ich wollte gerade sagen. Rein in den Schlund. Rein in den Schlund. Hans, jetzt der Flammenwerfer. Ich dachte schon, also hättest du mich da erschossen, wäre ich sauer gewesen. Na, du hast ja auch extra den armen Mann da nicht erschossen davor. Ach, hast du es gesehen, dass ich mich erschossen habe? Ja. Das war mir ganz viel wert. Ah, ich habe auch so viel erlebt jetzt gerade. Ich glaube, wir sind wieder allein, oder? Ja, ich bin Jason. Mervin? Jason? Jason! Ab in den Untergrund. Ab jetzt geht die Party richtig los. Ich finde deine Verbündeten. Jason! Okay. Alles klar. Jason! Jason! Ich bin gleich da! Ich komme! Oh Gott, ey. Oh mein Gott! Also da würde ich, glaube ich, heulen. Hä? Hä, was ist das? Ih, was ist denn das? Ach du Scheiße! Äh, wir sind gef***t. Was ist das hier? Bist du's, Nick? Bist du Nick? Ja. Nice. Ich bin aber auch nicht nur Nick, ich bin auch was anderes. Oh, in Gottes Namen sind wir gelandet. Nicht spoilern, Gnu. Spoiler nicht. Wir müssen hier raus, den Rest der Truppe finden und Merivac anfordern. Hier gibt's kein Waffendepot, dafür gibt's hier aber jede Menge Iraker. Ja, ist normal im Irak, oder? Papo trifft eine Entscheidung. Ja, jetzt muss ich mal sagen. Reiß dich zusammen. Augen auf. Na? Alles gut. Hatte nur nicht erwartet, in ein verdammtes Erdloch zu fallen. Ich auch nicht. Wir sind Soldaten. Okay. Das ist jetzt die Demo. Hast du sowas schon mal gesehen? Da oben war ich schon drin, ne? Was ist das hier bloß? Ah, okay, gut. Also hast du schon gesehen. Aber da kannst du auch... Ja, das ist eine Steintafel. Kannst du aber auch nochmal... Also, wo ich quasi sehe, was passiert als nächstes. Mhm. Also, was passieren kann, ne? Da ist ja nicht unbedingt, was passiert, sondern... Genau. Eine Steintafel. Eine Steintafel, ja. Jason, der Roller. Äh! Was, Nick? Was soll ich fühlen? Die Liebe zwischen uns beiden. Ich bin mal echt gespannt, wie das ausgeht, weil mein Controller... Also, mein R1 geht quasi an meinen Controller nicht. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich das noch brauche. Ich hoffe nicht. Kann ich dir helfen? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich... Oh, sei doch nicht so... Ach, Mann, ey. Das ist ein Job für zwei. Okay. Hast Glück, dass ich hier bin. Ja. Oh Gott. Das ist Mervyn. Ah, Mervyn. Ach, Darnel. Ah. Ja, er ist schon ein Arschloch, ne? Aber wollen wir ihn retten? Ich höre endlich mal auf zu zappeln. Fuck. Schnell. Er verblutet. Wir müssen ihn schnell befreien. Halt durch, Kumpel. Wir helfen dir. Nick, ich brauch dich hier. Schneid dir Draht durch. Okay. Skillchecks und so, ne? Ja. Oh Gott, was tust du? Ich hab... Ne, war richtig. Fuck. Verpackt. Verpackt, klar. Ist sowieso der Mann. Aber das war okay. Ich kann dich hören, weißt du. Du überstehst das, Bruder. Halt euch. Bauer sie mal rein, los. Ne, Mensch. Ah, grausig. Wir bauen dich gleich auf, okay? Vereilt euch mal! Wir machen das. Du stehst wach. Fuck. Was wegen denn? Meine Mom. Mann, wer hat diesen Rucksack gepackt? What? Alter! Was weiß ich, dass du ne Hexe ist? Was? Sie ist ja einfach weggeflogen. Das ist bei dir eher passiert als bei mir. Oh. Lurie's? Was? Was war das? Halt jetzt los! Was ist mit mir? Los! Was ist da bloß? Das interessiert mich nicht so. Oh. 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 Ja, vor allem wir ziehen ihn in den Schatten. Ist voll dumm. Was müssen wir ja noch nicht. Der verblutet. Wir müssen das herzen. Ok, jetzt müssen wir das schaffen. Diesmal müssen wir das schaffen. Oh Gott! Ok. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja, 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 ich drück. Scheiße! ich hab's geschafft sehr gut ich glaube du musst ihn jetzt reinjagen ne konzentration ich hab's geschafft sehr gut sehr gut sehr gut ja alles richtig gemacht okay ich lass mal ja sehr gut sehr gut sehr gut ich hätte ihn jetzt erdrosselt ne das war wirkt okay aber letztes mal haben wir es nicht geschafft ne ne da habe ich nämlich die insulinspritze verkrackt stimmt wir spielen jetzt andersrum oder ja ja das ist eigentlich ganz nice ich bin jetzt ich bin jetzt wieder der den ich vorhin gespielt habe wir sind sie gar nicht muten okay das ist wieder Morphium nicht insulin sorry Morphium captain dark and it's money and there is an how captain zift okay wir sind wieder er auch licht das ist sehr gut mein sohn gratulieren aber nein du musst mich unbedingt abholen die amerikaner kommen sagt oder waren schüsse oh gott und ich als einziger und überall nur amerikaner oje der ist tot sieht nicht gut aus oh shit okay das war eines dieser monster oh damn ich glaube licht ist unser bester freund in diesem game leute sollten wir auf jeden fall daran festhalten hier ist eine ich gucke in die zukunftstafel okay ich glaube den kann man nicht mehr reanimieren ich glaube das ist too late oh gott oh gott oh gott scheiße ich habe keine waffen mehr finde deine verbündeten durchsuche die ruinen folge der blutspur ist eine ganz gute idee der blutspur zu folgen ohne waffe das vier hatte schmerzen im licht bei dem rückblick oh mein kerle bitte du bist sympathisch geht er nicht lang oh gott oh gott oh gott jumpscan 3 hallo nein sagt nicht hallo da noch nur noch ein feuerzeugchen habe ich das kommt auf jeden fall auch auf youtube ja ich will leben ich werde mit früchten besorgt er war nämlich in dune in dem film ohne mich in die ne Das war der Kuss des Todes. Das war der Kuss des Todes. Bleib im Licht! Ja, die haben auch so Schallwellen, ein bisschen wie bei dem Film Silence. Das war der Kuss des Todes. 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 Oh. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Okay. Das sollte ja wohl kein Problem sein, mein Freund. Vielleicht wär's schlauer gewesen, da hinten rauszuklettern. Wenn vor uns schon jemand hier war, gibt es sicher einen anderen Weg raus. Ich hatte da so Schiss, ne, dass hier irgendwelche Fallen sind oder ich nicht mehr rauskomme und verhungere. An alle. Hier spricht King. Kann mich jemand hören? Over. Nee. Der Fluch von Arkad von Aline Journeau. Gelehrte betrachten den Fluch von Arkad als Fiktion. Eine Lehrgeschichte, die die Sumerer dazu brachte, Hungersnot, Schicksal und die Launen der Götter zu ertragen. Die Entdeckung dieses großen Tempels bedeutet jedoch auf eine neue Wahrheit dahinter hin. In der ursprünglichen Geschichte wendet sich der Gott Enlil gegen König Naramsin und Arkad. Zuerst ist der König fromm und rollmütig und bittet um Antwort, aber nach sieben Jahren der Stille seitens der Götter beschließt Naramsin, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Er stellt eine Armee auf und marschiert in die Stadt Nippur ein, um Enlis Tempel zu plündern. Diese Gotteslästerung ist so ungeheuerlich, dass Enlil, der Todessturm, die Götter gegen Naramsin wendet und die Guter, Guter, entsendet und Arkad dem Erdboden gleichmacht, Bauernhöfe zu zerstören und die Menschen mit Hungersnot zu peinigen. Ja, ja. Ah! Genau das machten die sich damals. So, ich geh mal hier ins Zelt rein. Ich muss jetzt, glaube ich, erstmal checken, dass diese eine Pumpe, die hier irgendwo ist, nicht funktioniert, damit wir die reparieren können, ne? Mhm. Ich glaube, ich habe Benzin gefunden, oder? Ja. Rachel, hilfst du mir mit diesen Kanistern? Oh, da ist da Wasser drin. Wir haben Stufe 3 Rucksack. Sie sind voll! Haben wir? Du hast eine Stufe 2 und ich habe einen Stufe 3 Rucksack. Stimmt. Wie geht's deinem Bein? Hast du PUBG früher viel gespielt? Ja, voll viel. Oh, du meinst die Prothese? Können wir auch mal machen, wenn du brauchst. Mein Bein ging auf die Krasse drauf. Hm. Nicht. Das war meine Schuld. Oh ja, ich bin so einzig. Ich habe es dir nicht leicht gemacht. Das weiß ich. Der Unfall war nicht deine Schuld. Na komm, packen wir es an. Aber er ist echt krass beweglich dafür, dass er eine Prothese hat, ne? Hatte er. Weißt du nicht? Oh, da oben war eine Ratte. Hatte er eine Prothese? Ich habe eine Prothese, ja. Ach so. Als Kökis. So. Hahaha. Leuchte mal den Tank an. Oh nein. Nicht schon wieder die Maniküre Boys. Die Maniküre Boys. Ah, scheiße. Was ist? Der Schlauch ist kaputt. Das verdammte Ding leckt. Kannst du was tun? Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Auf dem Tisch war das. Flexi-Tapen. Wie heißt das? Ich glaube das war auf einem Tisch, oder? Irgendwo. Bestimmt im Zelt, oder? Ja. Ich will jetzt mal an die Decke leuchten und gucken, ob man da vielleicht etwas sieht. Sie ist generell ein guter Standort, aber man kann sich sicher. Ja, eigentlich müsstest du es ja sehen, ne? Vielleicht standen sie unter Druck. Ja, ich gehe mal auf die andere Seite. Warum ist hier unten ein Zelt? Hm. Weil es kalt wird draußen. Hier spricht King an alle. Hört ihr mich? So lost. Okay, oben sieht man nichts. Das Tagebuch von Randolf. 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 24. September 1945. Wenn man eine Einladung von Lady Bradshaw erhält, lehnt man nicht ab. Mary und ich wollten eigentlich zu unserer Hochzeitsreise aufbrechen, aber die Chance mit einer der anerkanntesten Altersumforscherinnen Großbritannien zu dinieren, konnten wir uns nicht entgehen lassen. Bradshaw schlug eine Brosche, die Mary sofort ins Auge fiel. Ein sumerisches Relikt aus einer Ausgrabungsstätte im Hashemitischen Königreich im Irak. Nach dem Essen zeigte sie uns ihre Brosche und wir haben ihr zwischen die Beine geschaut. Langsam. Ich dachte schon, ich zeigte sie nach dem Essen ihre Brüste. Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, hier ist was, oder? Ja, hier ist Tape. Ich habe Tape gefunden. Sehr geil. Sehr geil. An der Decke war übrigens nichts. Das dachte ich mir schon. Okay, ich nehme das Tape jetzt und werde es umdrehen. Da ist die Expedition. Da sieht man auch die ganzen, von denen wir gerade geredet haben. Okay. Okay. Roche mit Schnatterzapfen, Leute. Was ist los mit euch? Klebi, let's do it. Okay, kann man eigentlich schneller gehen? Irgendwie? Ne, die wollen das... Ja, ich glaube auf R2. Oder? Ne. So. Ne. Ich glaube, wir müssen es jetzt... Ne, ich glaube generell nicht. ...activaten. Ja, ich mache jetzt hier schön... Bestimmt mit Skillcheck. Bestimmt wieder ein Buchstaben-Spam. Pulliarm ist kalt. Du frühestens. Ach, du machst das. Du hast also die... ...filigraneren Fertigkeiten, ja? Hast du's? Du kannst also mit kleinen Dingen umgehen. Ich hab's. Sachlich bleiben wir bei der Sache. Ich könnte es auch intim werden, aber ich denke mir so, wir sind gerade in einer Situation, wo es nicht Zeitpunkt ist zu reden. Die Sache hier geht vor. Unsere privaten Probleme haben da wirklich keinen Platz. Ach, ja, ich bin sarkastisch. Besten Dank für den Rat. Ich will nicht, dass unsere kaputte Ehe die Mission versaut. Bleib einfach bei der Sache. Keine Sorge, ich weiß genau, was ich tue. Ich werde dich sowas von abschneiden. Ich merke das schon. Ich war halt gerade ein bisschen bitchy. Geschafft. Chen Rush zu kommen. Oh, jetzt muss ich auch noch eine Fuse finden, okay. Ne, eine Zündkürze ist es, ne? Ich glaube, weißt du es gar nicht. Oh Gott, ey. Okay. Na gut. Rachel, wir haben uns Raum gegeben und diese Pause. Ich mein, sieh dir unsere Karrieren an. Du, ein Field Officer für die CIA und, also, Caylus könnte den ganzen Krieg beeinflussen. Du bist nur mein Stufe 3-Rucksack. Ja. Ja. Und deine Jungfräulichkeit. Ich glaube, keiner hat uns damit gerechnet, so lange reinzuschauen. Das letzte Jahr habe ich mich echt nur mit Caylus beschäftigt. Was anderes gab's nicht. Ich bin mal... Kein Disrespect hier. Okay. Deine Arbeit ist wichtiger als wir. Wir hätten nicht wissen können, wie wichtig sie wirklich ist. Okay. Rage. Na komm, spuck's aus. Nein, spuck's nicht aus. Puh. Nach dem Unfall hatte ich meinen Tiefpunkt erreicht. Kam nicht klar. Hat nicht funktioniert. Boah, es macht bei mir einen Minuspunkt, hast du gesehen. Und als ich dich echt brauchte, Rachel, dich an meiner Seite brauchte, warst du weg. Boah. Das ist halt echt fies. Aber ich bin ehrlich, weißt du, ich bin ehrlich. Oh Gott. Das war mal, Eric. Wir müssen das hinter uns lassen und nach vorn blicken. Andernfalls drehen wir uns nur im Kreis, Eric. Danke, Rage. Ich freue mich auf die Zukunft. Das sollte klappen. Also bin ich die dumme Sau? Werfen wir ihn an? Ja, anscheinend. Und dann hast du auch noch einen Neun. Ich werde dich so was empfehlen. Das wusstest du. Ja, das haben wir doch in der Demo schon gesehen. Dass ich einen Neun habe. Ja. Das habe ich nicht gesehen. Du hast halt... Ach du... Ich habe es doch gesagt in der Demo. Ach so, du hast es halt gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ja, dann kann ich ja mit offenen Karten spielen. Ich glaube, ich weiß noch, wer es ist. Ich vermute, wer es ist. Was? Das müsstest du eigentlich gesehen haben in der Demo. Wenn die da irgendwie reinkamen, kommen wir irgendwie raus. Sehen wir uns mal um. Ach stimmt, sie hat gesagt, ich habe einen Neun. Stimmt. Oh. Jetzt sehe ich hier gerade, wie irgendwer schießt. Wer bist du jetzt? Du bist Link und ich bin Jason. Das sind wir zusammen. Ja. Okay, nice. Ich schieß einfach mal. Okay. Ich habe auch getroffen. Ich habe auch getroffen. Hast du auch getroffen? Ja. Nice. Okay. Oh je, ey. Den da noch mitschleppen. Ja, aber wir schaffen das. Wir werden Werner retten. Ne, der heißt ihn Werner. Werner. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Okay, mit ihm zusammen können wir nicht da durch, oder? Ich hoffe er nicht. Der andere Weg ist sicherer. Boah. Ja, wir nehmen den sicheren Weg, oder? Okay. Ja. Wir müssen ihn mitnehmen, ja. Ja. Umgehen. Hier lang. Oh oh. Oh, jetzt müssen wir wieder im Takt drücken. Gnu, ich werde mir so viel mögen. Ja, ich auch, ich auch. Sonst stirbt unser Freund. Was? Hä? Das war drin. Oh shit, unser Freund muss bauen. Mein Gott. Alter, der ist übel zerknautscht worden. Der ist weg. Voll erwischt. Ja, Werner. Ach du Scheiße. Hä, das war doch beides drin. Dem geht's nicht mehr gut. Ich glaub wir werden sterben. Nein. Geil. Okay. Rein mit dem Messer. Schnell. Ja, schießt ein kleines Arschloch. Los. Sehr gut. Du hast grad voll auf den Hinteren geschossen. Oh. Das ist ja was. Ja, Ripp, Werner. Können wir einmal einen effenden Chat bekommen für Werner? Dann machen wir auch grad alle. Den scheiß Sex ist. Oh Stress. Ja, Karma, ne? Ja. Ach man ey. Geh'n dir. F an Werner. Okay. Okay. So und jetzt? Dann müssen wir da hoch. Guck mal, hier ist doch bestimmt irgendwas. Hier flackert's so. Hunted der Ghost gerade? Der Ghost hunted. Oh, du wartest? Ich warte auf anderen Spielen. Ja. Ich warte hier. Wie so ein, 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 wie so ein Beide. So. Bitte kommen Sie zurück. Bitte kommen Sie. Ich kann mich nicht bewegen. Ja. Okay, ich bin da. Sieh mal hier. Ob das noch geht? Was für ein Bandsalat. Geht schon, das krieg ich hin. Okay. Let's go, Rach. Du warst schon immer gut mit deinen Händen. Oh. 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 Seit wann trägst du ihn nicht mehr? Ich trage ihn. Ich trage ihn. Ich trage ihn am Herzen. Dein Herz ist aber ganz schön hoch. Oh Gott. Traust du ihn mir jetzt? Weil ich bin ein Netti. Okay. Dieser Ring ist immer noch wichtig für mich. Hm. Ich will dich zurück, Rach. Du, jetzt passt ganz genau auf, was du sagst. Echt? Ich habe einen anderen oder liebevoll? Ja, musst du wissen. Wir haben ein echt gutes Team. Mhm. Hm. Der Knight. Der, der eine Ring. Was willst du von mir, Eric? Die Wahrheit wäre ganz nett. Oh. Ein Booty Call. Wie bitte? Und ein Kind. Ich kenne dich besser als du denkst. Das mit dem Feuerzeug war gelogen. Und zwar nicht, weil du heimlich rauchst. Eric, bitte. Sag die Wahrheit. Bitte hör auf. Gib's zu. Du hast einen anderen, stimmt's? Kann ja dem eigentlich egal sein, oder? Die Knoten und Stapel sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Nämlich meine Mutter. Ein Glasfamilie, die hochbescheidliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht Gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln. Für die Menschheit. Nein. Es tut mir leid. Oh. Genau. Uns eingefleischten Veteranen macht's was aus, wenn wir den Schuss auf den Tonband hören. Ja. Hallo? Oh oh. Das sind keine Freunde. Oh. Das war bei der Demo nicht so, oder? Doch. Dieser Sack schon wieder. Stimmt, das war so. Wer nicht trifft, ne? Und du so voll entspannt die Treppe hoch gehst. Bist du... Oh, du bist wieder nicht. Nice. Ganz entspannt. Ja lala. Hahaha. Gib mir Deckung. Verdammt, was ist hier los? Ich weiß nicht. So hatten wir die Sache echt nicht geplant. Ach was. Hier spricht King. Bitte melden. Bitte melden. Bitte melden. Unter Beschuss kann mich jemand hören. Over. Das ist Rachel. King. Hier ist Mailman 2-1 Actual. Ja. Kay ist savior neuer. King. Hier ist Mailman 2-1 Actual. Hören Sie mich. Over. Oh oh. Fuck. Warum sind wir jetzt stehen geblieben? Nur für das Gespräch? Ja. Lost. Genau so. Oh, jetzt wieder, ne? Du weißt. Ich schneide sowas dann ab. Nein, nein. Wir müssen jetzt nochmal den Atem anhalten, oder? Ja, ich glaub schon. Du machst Witze. Das sieht uralt aus. Das oder nichts. Siehst du ihn? Ja. Er kommt. Wie er angejoggt kam. Was sollen wir machen? Äh. Verstecken, oder? Ja. Du musst es lernen. Wir sterben sonst später. Ja, ich weiß, Mann. Guck immer nur, wenn es weiße. Wenn der weiße Strich drin ist, dann drückst du. Ja, ich weiß es doch. Zack, zack. Oh, das war ich jetzt. Hahaha. 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 Ja. Oh mein Gott. Oh oh. Oh nein. Hab dich, Rach. Hab dich. Hab dich nicht so, Rach. Halt dich fest. Hilfe, es tut weh. Oh. Oh Gott. War auch gut gemacht. Uh. Muss ich hier auch mal drücken gleich? Mal gucken. Oh. 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 Hilf mir. Nö. Hör auf zu zappeln. Oh. Oh. Okay, ich bereue mich, bereue mich, bereue mich. Ja, berue ich dich. Berue dich doch mal. Fallen lassen, schreibt mein Chat. Hey. Nein, 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 nein. Wir sind ein Bruder. Wir haben ja Gefühle für sie. Rachel, halt dich an was fest. Ich sehe nichts. Zu dunkel. Dann macht doch eine Lampe an. Ja, sie hat doch eine, ne? Du hast eine Lampe, ja. Wollte grad sagen. Ohne das Stück hochkriechen. Verdammt, Rachel, halt endlich still. Ich kann doch nichts drücken. Oh Gott, oh Gott. Dass unser Homie uns auch nicht erschießt da drüben, ne? Ja, der ist irgendwie nicht mehr da. Ich mach nichts, ich mach nichts. Ich werde nicht durchschneiden. Keine Sorge, ich schneide nicht durch. Keine Sorge. Er überlegt's aber ernsthaft, ne? Ich schneide mir einfach in mein Knie. Oh, guck mal, da hinten sind Steine. Aber er hat's überlegt von sich aus, ne? Ja, er hat von sich aus überlegt. Ja gut, der weiß halt, er stirbt halt auch, ne? Hier drin! Hilfe! So, da kommen nämlich jetzt Nick und Jason, oder? Ja. Oh Gott, scheiße. Und die müssen den anderen jetzt töten. Oh Gott. Oh, ich hab ausgewichen, okay. Oh, kacke. Ja, alles gut. Alles gut, alles richtig. Nein! Oh mein Gott, er will die ganze Zeit das Seil durchtrennen. Ey, guck mal, da hinten gibt's noch mehr Steine. Das ist ja cool. Wie wär's, wenn ich mir mein eigenes Bein schieße? Oh nein! Ach du Scheiße, jetzt bist du tot. Jetzt sterben wir beide. Oh mein Gott. Also damit hätte ich jetzt aber nicht gerecht. Ich glaub, beim zweiten Mal hättest du's durchschneiden müssen. Ich glaub auch. Du hängst da wie so'n Chicken. Ja gut, schön. Ähm... Nein! Nein, ich hab... Oh, scheiße. Neustart, ne? In welchem Albtraum sind diese glücklosen Seelen gestürzt? Ein Leben erloschen. Ein weiteres verloren an die Dunkelheit. Es scheint, als habe sich die Lage plötzlich verschlechtert. Meinen Sie nicht? Hm, ich glaub Rachel ist nicht tot. Nee. Zumindest war Eriks Ableben nicht unehrenhaft. Der starb, wie es ein Soldat tun sollte. Äh... Das ist eine Ex, die ich wollte. Was ist die Jasper? Waffenbrüder, aber mit einer dunklen Vergangenheit, die ihre Freundschaft auf die Probe stellt. Vergessen wir bitte nicht, dass Sie Corporal Mervyn dem Dunkel überließen. Und die Nacht ist noch jung. Das führt uns zu Salim. Der wirkt besonnen. Fast schon ein widerwilliger Soldat. Oder... Ein unerfreuliches Schicksal erwartet nun die Überlebenden. Unter der Erde gefangen, von Abgrund verschluckt. Es ist unvermeidlich, dass manche Lichter flackern und erlöschen. Wie lange die übrigen weiter strahlen, liegt nur an Ihnen. Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in Angelegenheiten andere einzumischen, aber... Sie erregen mein Interesse. Ich hätte da einen Ratschlag für Sie, wenn Sie mir versprechen, dieses Gespräch für sich zu behalten. Ähm... Machen wir Ja oder Nein? Ja, oder wir wollen den Ratschlag. Eine kluge Entscheidung, wenn man alles in Betracht zieht. Vor langer Zeit traf ich einen blinden Dichter, der diese weisen Worte an mich richtete. Lang ist der Pfad und beschwerlich, der aus der Dunkelheit hinausführt ans Licht. Das wäre alles fürs Erste. Lang ist der Pfad der Dunkelheit, der hinausführt ans Licht. Das ist bestimmt sehr wichtig, weil wir da wahrscheinlich den längeren Weg nehmen müssen oder sowas. Ja, ich glaube auch. Scheiße, ich bin wieder Nick und du? Äh, ich weiß gerade gar nicht, wer ich bin. Deutschberat? Ja, ich bin wahrscheinlich wieder Jason. Bloß nicht stehen bleiben, Nicky! Aber was ist, wenn du irgendwann niemand mehr zu spielen hast? Er ist tot! Fuck, Mervyn ist tot! Denkst du, ich weiß das nicht? Bleib bei mir und pass auf! Sonst sind wir auch tot! Mervyn hat sich auch einfach nur kurz zusammengeklappt, um kompakter zu sein. Ach man, scheiße, dass der jetzt tot ist. Ja, aber am Ende spiele ich einen Stein. Genau, der Steinsimulator. Es ist der Können! Fuck, er ist tot! Wir haben uns aber auch szenografisch da aufgespießt, ne? Ein beschissener Tod. Scheiße, voll! Ganz ehrlich, er war schon tot geweiht, als wir aus dem Heli raus sind. Denkst du, Rachel war bei ihm? Ja, also Kay nennt sie halt Rachel, ne? Wir können hier nichts mehr tun. Wir müssen uns erstmal irgendwo verschwanzeln. Deswegen glaub ich, dass er der Neue ist von ihr. Da drüben! Der Nick? Ja, ja. Das kann ich mir vorstellen. Warum? Na, weil er sie Rachel nennt, obwohl sie Vorgesetzte ist. Ah, okay. Du kleiner Sherlock. Ja, ich bin, ja, ich bin, äh, Among Us-Legende. Ah, mögen Us! Wir mögen Us! Wir mögen Us! Wir mögen Us! Sie folgen uns nicht. Hier spricht Mailman21 Actual an alle. Hört ihr mich? Over! Joey, melde dich! Over! Joey ist tot. Wovon redest du verdammt? Die Iraker haben ihn erwischt. Er starb in meinen Armen. Wirklich? Hast du das erlebt? Nö. Wie zur Hölle kommen wir hier raus? Wir müssen uns hier einbunkern. Eine Verteidigungslinie errichten! Und uns gibt das Platz zum Atmen schaffen. Die Statuen! Neck! Speichere es ab und reiß dich zusammen, verdammt. Was ist das hier? Ich erinnere mich an Philo. Die Mission ist ein Flop. Warum? Warum aus denn? Wir sind doch nur im Heli geblieben. Das hier unten ist schlimmer als alles, was wir je erlebt haben. Ganz eindeutig. Ob wir wohl bestraft werden? Auf unseres Händen. Als Fark hat jemand, war nicht Eric der mit dem UV-Licht in der Tasche? Ich hoffe doch. Ich sag nichts dazu. Finden wir die anderen. Wir sind sicher nicht allein hier. Wir finden die anderen. Und dann gibt es Rache. Ura. Ach du Scheiße. Irgendwann hat den Generator wieder ausgemacht. Da hat doch gerade jemand irgendwas gesagt. Sehen wir uns das mal an. Echt? Ura oder so. Oder warst du das? Ja, Ura. 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 Das war ich, ja. Was sag ich mit den Statuen? Du hast irgendwas gesagt zu den Statuen, ne? Dass ich die wahrscheinlich irgendwie toll finde, oder? Vielleicht hast du sie erkannt. Warum halten die eigentlich so komische Dinge in der Hand? Man sieht auch die Gesichter nicht. Die halten solche Sachen in der Hand, die aussehen wie diese Holzstrukturen, die die Leute aufgegangen haben. So ein bisschen, ne? Ah, jetzt sind wir hier in dem Raum. So viel zu Eriks. Protegiert im thermischen Satellitensystem. Du könntest im Generator gehen, oder? Ja. Da ist auch irgendwas. Lauft um euer Leben. Wir sind verloren. Da war doch auch der König gesessen, oder? Fehler teuer bezahlen müssen. Mhm. Das ist der Thronraum. Oder Thronsaal, ja. Dann ist da oben ja auch der Ausgang. Da ist der General. Wahrscheinlich. Ja, schon. Wir könnten eigentlich oben durch den Mund rauskommen, ne? Ja. Dann wären wir free. Da sind wir auch reingeflogen, alle. Okay, dann gucken wir den mal an. Hilf mir hier mal. Ja, ich komme. Okay, irgendwer hat den kaputt gemacht. Mit Absicht, ne? Jemand hatte wohl ein großes Problem mit dem Ding. Mhm. Sabotage? Scheint so. Halte Ausschau. Ja. Oh, oh. Alles aber... Ah, das ist bestimmt Salim, oder den du vorhin gespielt hast. Schluss mit dem Quatsch. Aber der hat doch... Ach, das kann sein. Wahrscheinlich sogar, ja. Bald, bald, ja. Oh, oh. It flippt. Da war auch schon der Kill aus DVD. Genau. Werkzeugkasten raus und Gen Rush, let's go. Okay. Verzweigung. Wo führen die Kabel hin? Okay. Okay. Oh, da hinten geht's auch noch lang. Ich geh mal dem Kabel nach. Oh, gibt's verschiedene Gänge? Was denkst du, Forscher? Ich hab hier auf jeden Fall eins gefunden. Ah, ich denke schon. So. Wo bist du hingegangen? Ich bin direkt nach rechts gegangen. Ich hab auch ein Buch gefunden. Oder nach links. Der Sumerer. Der Sumerer? Der Sumerer von Franklin Levitt, veröffentlicht von Napier und Braddys. So. Dieser Gang sieht auf jeden Fall nicht so genau so aus. Was für eine Scheiße. Lamastu war eine schreckliche Dämonin. Eine Kindermörderin, die sich an Blut und Fleisch der Menschen labte. Das bin ich. Sie wird meist als haariges Monster mit Löwenkopf. Das bin ich. Und Vogelfüßen dargestellt. Oftmals auf einem Esel knien, mit einer Schlange in der Hand. Und einem Hund und einem Ferkel säugend an ihrer Brust. Das bin nicht mehr ich. Da warst du trug sieben Namen. Und es wird immer abartiger. Und wurde in Beschwörungen als die sieben Hexen bezeichnet. Sie wurde für viele Gräueltaten verantwortlich gemacht. Es hieß, sie bringe Albträume, vergifte Flüsse und sei eine Vorbotin von Hunger und Pest. Ja, ich bin's doch nicht. Na gut. Lamastu war die Tochter des arkadischen Himmels Gottes Ahn. Dem Vater von Göttern und Dämonen und dem Gott der irdischen Könige. Ahn wurde an Arkadern meist mit einem gehörenden Kopfschmuck und abgebildet. Also es sieht halt aus wie ein Gnu. Das bin halt schon ich einfach. Scheiße. Und wenn das Schwein stärzig wäre an deiner Brust, das sagst du ja häufig. Und die Ziege ist ja mein Freund, das passt ja. So, ich erinnere mich jetzt an dieses Gedicht. Da meinte der doch irgendwas mit der lange dunkle Gang, ne? Ja. Sollen wir doch mal in diesen langen dunklen Gang reingehen? Warte, ich komme mal zu dir. Weil das ist schon... Oh, okay, never mind. Man kann da eh nicht rein. Dann lassen wir's. Aber hier, oder warst du hier schon? Ja, hier können wir lang. Hätte da gar keinen Bock, hier zur Angst zu spielen. Es kommen bestimmt noch Fallen, die uns umbringen werden, wo man Quicktime-Event machen muss. Ich sehe Licht. Ja, maybe, ja. Oh, oh, da ist eine Falle. No. Oh Gott. Ich schütt nicht mit dir. Gern geschehen. Und jetzt voll gegen Rennen. Das wäre dann wirklich... Das wäre wirklich ich. Seht einfach aus. Gegen Explosion? Nee. Ich muss nur den Draht kappen. Ja. Hätte einfach nur den Stift rausgezogen, ne? Ja. Er traut sich. Das ist aber nicht nett. Das waren sicher die Iraker. Ach, denkst du? Und ich dachte, die Monster legen überall Bomben. So einer, der immer das... Ich kann auf Adeln. Das suchen. Oh, was ist das hier? Ein Teller. Geheimnis gefunden. Soll ich vorlesen? A59 habe ich hier. Okay, ich lese mal vor. 2. April 1946. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben unser Team zusammengestellt. Ganz oben auf meiner Liste stand Unleserlich. Crow. Die Bulldogge von Omaha Beach. Omaha Beach. Okay. Wir haben ihn in Kairo entdeckt, als er sich in einem levantinischen Club für Geld prügelte. Crow empfahl Unleserlich. Und in den Haifa haben wir unsere Assistentin, die allzeit allzeit wissensdurstige Aline Journeau aufgesammelt. Unleserlich steht da nun wieder. Also kann man was nicht nehmen. Bestand auf die... Ja, ist ja natürlich Zufall, dass man das nicht genau den Namen lesen kann. Bestand auf der Anwesenheit ihres eigenen Ratgebers. Alice van... Huy... Huyten? Huy... Huyten? Huyten? Ich weiß es nicht. Huyten? Huyten. Huyten. Ja, aber egal. Einem Archäologen, dessen schlechter Ruf unleserlich, da unser Team jetzt vollständig ist, werden wir in den Libanon aufbrechen und von dort den Zug nach unleserlich. Perfekt. Wieder unleserlich. Okay, dann... Süß, ich lese jetzt bei dir mit. 21. Oktober, Crow war der Erste im Grab. Eine Ehre, die er mit Bessie seinem verdammten Maschinengewehr teilte. Ah, das haben wir ja auch schon gefunden, das Maschinengewehr, ne? Die Waffe war ganz schön widerspenstig, aber sie schien den Felahin. Was ist ein Felahin? Ich lese da auch so viele Begriffe, die ich noch nie gehört habe. Bei dem Graben zu berücken. Der Ort wurde seit Jahrhunderten nicht betreten. Er ist nicht die letzte Ruhestätte von Alexander dem Großen, sondern vielmehr ein Tempel eines noch älteren Gottkönigs, nämlich des akkadischen Despoten Naramsin. Wir haben uns zwar geirrt, aber Lady Bradshaw bezeichnet das Grab trotzdem als ein Jahrhundertfund. Eine Entdeckung, mit der unsere Namen in die Annalen der Geschichte eingehen werden. Wenn ich mir diese ehrfurchtgebietene Halle so ansehe, bezweifle ich das nicht im geringsten. Okay. Okay. Ich habe da einen Code gefunden. A59, den brauchen wir bestimmt noch. Kommst du mit? Ja, klar. Hier sind noch zwei Sachen. Hier ist noch ein Spitzhack schon gesehen, genau. Was ist das hier? Hier ist noch eine Kiste oder so. Kappel, rrrr, rrrr, rrrr. Rrrr, rrrr. Rrrr. Oh. Okay, ich musste bis Speedtime Event, oder? Okay, ich musste nichts machen. Perfekt. Achso, ich dachte, wir müssen den anderen, also wir haben ja noch die Möglichkeit, einen langen, dunklen Gang zu gehen. Lass uns mal noch nach hinten gehen erst mal. Oh Gott, sag nicht, dass die Tiere Geräusche nachmachen können. Oh nein, ich wollte da nach hinten noch. Vielleicht können wir noch mal umdrehen. Aber da kamen wir ja her, da kamen wir ja her, ich glaube die Schlitzung. Nee, wir kamen von rechts, nicht von geradeaus. Okay. Oh oh. Ich bin Salim und du? Ich bin Nick. Okay. Gut, dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Ich bin ganz allein. Bringt einer von euch mal einen Kaffee rüber, aber natürlich. Oh Gott, das dumme Ding lebt noch. Das war ja klar, Mensch. Was ist das? Ich will es öffnen. Kann ich es nicht öffnen? Scheinbar leer. Ah! Oh oh. Hä? Seine Frau? Seine Frau? What? Oh. Ähm. Warum habe ich das jetzt gemacht? Das Spiel heißt House of Ashes. von dem Machen von Until Dawn, Little Hope, Man of Medan. Äh nee, warum packe ich das denn jetzt aus? Der knabbert keine Nägel. Äh, ich möchte das nicht tun. Sorry, aber was soll denn das? Das mache ich doch nicht. Zieh den durch. Ich packe den doch jetzt nicht aus. Lass den da liegen. Das ist jetzt total dumm, oder? Gut, ich glaube, ich muss den auspacken. Also, ich empfehle immer keinen Kaffee nach 16 Uhr zu trinken, weil man oft nach 5 Stunden erst die Hälfte des Kaffees oder Koffeins abgebaut hat und deswegen lang noch wach ist. So geht es mir zumindest. Deswegen trinke ich jetzt auch keinen, obwohl ich eigentlich sehr müde bin, aber ich weiß, es wirkt dann so lang nach bei mir. Spur. Au, fuck. Au, fuck. Ach. Oh, fuck. Ah. Scheiße, nein. Ach. Ach. Ach, scheiße, nein. Lass mich, lass mich. Ach. Ab ins Licht! Ab ins Licht! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, scheiße. Oh Gott, ganz knapp. Oh Gott. Oh, fuck. Ich konnte nichts machen. Oh, scheiße. Das habe ich nicht verdient. Da drüben! Oh nein, stirbt er. Oh no! Das hat er nicht verdient. Ich habe kein Licht, oder? Doch. Oh je. Scheiße, da komme ich nicht mit weit. Oh Gott, fürchterlich. Jumpscare is coming. Oh, wieder ein Code. R19. Also, könnt ihr euch die Zahlen merken? Wir haben jetzt R19. Vorne hatten wir, glaube ich, die A59. Oh, da ist noch einer. Papo, oder? Das bist du, oder? Da ist ein Dämon. Ja. Ah. Creepy. Beruhigend. Wir stehen das durch. Aber nur zusammen. Hm? Wir müssen safe wieder gleich im Takt drücken. Ja, oh Gott. Ich werde es hinbekommen. Hundert Prozent. Dann red doch nicht, wenn sie so gut hören können. Ja, aber wirklich. Selbst ein Trakt, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Toll, dass du in Metaphern reden kannst. Kannst du jetzt die Klappe halten? Ich stelle das zusammen. Okay. Habe ich kein Deutsch? Musst du wieder eine Entscheidung treffen? Okay. Wir schleichen uns vorbei, oder? Ich habe gesehen, wie der Dämon eine ganze Einheit zerfleischt hat. Wir müssen außen herum. Nach dir, Superman. Papo senkt sich nein und schießt in den Raum. Verständnis, oder? Wenn bereit, dann mal los. Okay. Skillchecks und alles, ne? Ja. Oh Gott, Papo. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden. Aber wenn nicht, es tut mir leid. Dann hoffe ich, dass Salim stirbt und nicht ich. Nein. Meiner ist voll lieb. Nein. Doch. Nick ist lieb. Nick ist ein guter. Wenn Nick stirbt, bin ich richtig sauer. Oh, das war schon mal knapp. Ich habe es geschafft. Oh nein, jetzt komme ich. Wo, wo, Bär? Oh nein, ich mache einen ganz dummen Move. Oh je. Hast du geschafft? Ja. Nice. Oh Gott, ich glaube, einer von uns scheißt rein, oder? Nein, wir sind Elite-Spieler. Habe ich geschafft. Sehr gut. Ich bin einfach eine Legende, Gnu. Oh Gott, jetzt komme ich wieder, ne? Stoke-Gnu. Mach einen Backflip, los. Ja, aber wirklich noch mit Schraube. Was hat er denn jetzt vor, Dummes? Oh Gott, ich will nicht mehr. Jetzt musst du gleich, oder? Ja. Ah, scheiße. Oh mein Gott, ich bin halb am... Ich... Oh nein. Das habe ich jetzt wirklich verdient. Du... Nein, du schaffst noch nicht. Keine Sorge. Einmal ist keinmal. Oder ich schieße den... Oh, ich habe einen Stein. Okay, was muss ich machen? Ablenken, ablenken. Ich habe ihn abgelenkt. Das ist so lieb von dir. Ich bin einfach... Ich bin ein guter Mann. Deswegen darf Nick nicht sterben. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich sauer genug. Das ist schon wieder, ne? Ja. Nein! Oh mein Gott! Ich habe einfach aus Versehen A gedrückt. Oh nein. Das war die Fallschaste. Angreifen. Ich kann dich gar nicht zurücklassen. Ich komme jetzt und helfe dir. Ja. Komm, komm, komm. Bitte, bitte. Ja. So. Du machst das, du. Du machst das. Ja! Ja, du! Wir sind einfach so bad. So, rein damit! Ich habe die Fallschaste gedrückt, weil ich nicht wusste, wo sie auf dem... Wo sie auf dem Controller ist. Wir haben es geschafft, Gnu. Wir haben es gemeinsam geschafft. Yes! Wir haben beide versagt und dann hast du deinen Mut zusammengenommen und zu helfen. Aber ich hätte dich zurücklassen können, dann wärst du tot gewesen. Aber das stoppt alles. Okay. Geh nicht zu ner ran. Was vom Traffel ist hier unten? Die Biester sind überall. Noch nie habe ich etwas so... Schönes gesehen. Jetzt sage ich jetzt zu dir, ne? Ich geh jetzt bevor es ein liegt. Ich glaube, dafür ist es zu spät. Oh. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? Ich bin jetzt sentimental. Keine Ahnung, was sie sind. Ich will hier weg. Okay. Ich sollte bei... meinem Sohn sein. Oh. Wir dürfen nicht sterben. Ich bin voll das Arme. Ich hab schon auch die ganze Zeit gesagt, ich will den Krieg nicht. Mhm. Ich sollte gar nicht hier sein. Deswegen bin ich so da. Ja. Um mein Land zu verteidigen. Oh, Mann. Du solltest echt nicht hier sein. Wie alt? Noch ein Kind, aber alt genug, sich für einen Mann zu halten. Gerade 18 geworden. Wow. Großer Tag. Großer Tag. Pass auf. Das beste Geschenk, das du ihm machen kannst. ist heute heimzukommen. Nur deshalb hab ich nicht aufgegeben. Okay. In dieser Halle solltest du meinen Namen kennen. Nikkei, Sergeant. Salimot Ban, Lieutenant. Und hier hast du eine Handgranate. Und ich hab sie gezogen. Wir sind dead. Okay. Wie hast du dieses Ding auf deinem Rücken befestigt gerade? Das tut jetzt nicht zur Sache. Hier ist Maidman 2 on Action. Maidman 3. Hörst du mich? Klar und deutlich, LT. Sehe dein Licht. Geh weiter. Ich bin gleich da. Over. Ich komme zu dir. Sagt doch, dass du jemanden dabei hast und dass ich lieb bin. Kann ich nicht. Bestecken bleiben. Ich bin mal mutig. Bleib mal bei dir. Ja. Deine Freunde machen besser nichts Dummes. Ja. Äh, faust dich in Deckung. Und? Äh, er ist, ähm... Er... Ja, ich muss auch fausten. Der andere mag keine Iraker, ne? Deswegen... Oh, okay. Echt? Ja, deswegen lass ich dich jetzt lieber verstecken. Okay, ich flieh dann mal. Ach, mein, ist halt so gemein! Ja, ich will ihm Bescheid geben, wenn es geht. Aber wenn das nicht geht, dann... Scheiße, Nick. Du hast das Vieh allein gekillt? Alles gut, Nick? Oh, ich kann nichts sagen, oder wie? Äh, lässig. Alles gut, heftig. Der Iraker, er ist hinter mir. Oh, nein! Wow! Ja, alles gut. Dieser Plan ist dämlich. Was immer Joey passiert ist, er ist weg. Ey, warum sag ich denn nicht... Ey, hier ist hier... Mann, das macht mich sauer. Wir gehen zurück zum Tempel und organisieren uns. Kannst du dich zurücklassen? Das ist der beste Plan des ganzen Tages. Ja, ich hoffe, du kannst da mitkommen. Oh nein, ich arme Wurstel. Nein, kann ich nicht. Och, das ist ja blöd jetzt. Och, Mann. Ja, aber das kannst du ja vorher nicht wissen, ne? Ich mein, da steht dann verstecken oder verrecken. Oh, guck mal. Spielst du gerade mit anderen? Äh, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Siehst du auch gerade eine große Tür? Nee. Okay, bis gleich. Bis gleich. Wir leben. Fuck, wir hätten wirklich das Seil durchschneiden müssen, ne? Ihhh, wo bin ich denn gelandet? In der Leichenhalle? Im Leichenkeller? Ihhh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nick. Jason? Einfach Dark Souls. Dano. Dano, find's cool, dass du ihm nicht gesagt hast, dass du Rachel bist. Ja. Ich glaub, das ist auch besser, wenn er das nicht weiß. Scheiße. Da bleibt. Da bleibt für ihn der Überraschungseffekt, dass ich noch lebe. Das erinnert mich voll an Dark Descent, wenn die Frau in den, äh, in diese Blut, in das Blut reinfällt. Oh mein Gott. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Die schwimmen da drin. Das ist nichts Gutes. Ach du Scheiße. Papo weiß ja auch immer nur nicht, dass wir, wer unser Freund ist, ne? Das hab ich ihm auch nicht erzählt. Und dass wir einen haben. Okay. Female. Eight Sons Frontiers. Is eight, nee, das ist nicht die von dem Salim, oder? Ich verwechsel das grad. Aber ich finde, man hätte zum Beispiel den, ähm, ihren Mann jetzt, ihren Ex-Mann nicht zu früh sterben lassen müssen, weil ich hätte das schon noch interessiert, wie es weitergeht, um ehrlich zu sein. Da geh ich ja jetzt mal sowas von nicht lang. Die da rumschwimmen und ihr Leben enjoyen. Ich hätte nicht gesehen, was mit Eric passiert ist, glaub ich. Oh, okay. Damals vor langer, langer Zeit. Aber woher kommen jetzt die neuen, äh, das neue Blut her und alles? Das hält jetzt ja keine 2000 Jahre. Boah, ist das ekelhaft, wirklich. Das ist so eine Grühe. Ist das widerlich. Ich weiß grad nicht, wo lang ich lieber gehen soll. Ah, ich hasse es. Das ganze Blut von irgendwelchen fremden Menschen in den Augen. Ah. Knochen to go. Oh Mann. Okay, lasst uns mal gehen. Hallo an alle Nachtäulchen. Ich hab Angst, dass ich verkack und sie stirbt. Was ist das für ein Lecht? Oh, was ist das? Oh Gott, das hätte ich aber auch echt Schiss, ne? They are after you. Der ist echt so ein türkises Licht. Da komm ich aber grad nicht ran. So, was ist das hier, bitteschön? Okay. Speichel. Wir haben den schwarzen Speichel von Schlund der Kreatur aus dem Kokon, aus dem Kokon gesammelt und in Fläschchen gefüllt. Ich und andere, die an der Substanz rochen, litten danach unter Herzklopfen und Angstzuständen. Manche berichteten von eigenartigen Veränderungen der visuellen Wahrnehmung, wie zum Beispiel andere Farben. Wir haben in der Grabungsstätte, wo M angegriffen wurde, weitere Speichelproben gesichert. Der Geruch war so bewältigend, dass wir sie nur mit Atemschutzgeräten sammeln konnten. Wir empfehlen während der Arbeit mit den Proben allzeit Atemschutzmasken zu tragen, um nicht beeinträchtigt zu werden. Eine Wirkung ähnelt der von Pilzen. Okay, let's get into another world. Okay, ich glaube wir holen uns dann mal einen Zug schwarzen Speichel. Okay, der Speichel von den Viechern lässt uns scheinbar high werden. Let's get stoned together. Ja, da kuschelt was hinter mir rum. Scheiße, das verfolgt mich ja voll. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Kann man nur so ruhig bleiben. Ist die eigentlich blöd? Der nimmt mich gerade an Hellblade. Eine Steintafel gepumpt. Ach du Scheiße ey. Ich mach das richtig nervös, dass die Sau hinter mir ist. Oh Gott. Das fällt dir erst jetzt auf. Oh Gott. Ich hab B gedrückt. Scheiße. Ich habe auch einen Haftart als Du noch nicht gehst. Das war jetzt aber mies. Oh Gott. Was passiert jetzt? Oh Gott. Das ist eine... Das ist meine... hallo das ist nicht sie wir müssen hier ist es nicht sicher ich wusste gar nicht dass du kämpfst nee ich auch nicht was war das für ein ding weiß nicht was auch immer es ist nicht allein wo warst du eins der dinge hat mich geschnappt und hier runter gezerrt und dann liegen lassen fuck ist gar kein ausdruck dafür dass ich entkommen bin war glück ich bin wissenschaftlerin ich glaube nicht an glück sei dankbar dass ich hier war anerkannt ich bin dankbar ich bin dir dankbar danke sympathie wir müssen raus aus diesem loch also hier hast du dich versteckt hast du eine waffe was machst du ich brauch bloß batterien für die lampe du könntest auch fragen schon mal dran gedacht ich bin verletzt tut sicher weh tut es dann schön mit offene wunde ein fremdes blut rein geil immer nett gut dass du hier bist naja schätze ich bin auch ganz froh die symbole habe ich bei den herten gesehen die haben wohl schon lange in dem tal gelebt oh ich habe jetzt haarlust und sie auch da geht's hoch aber das schaffen wir auch hier sagt bloß sie ist infiziert siehst du doch klettern wird schwierig zusammen schaffen wir es dachte mir schon dass du das sagen wirst habe eric beim klettern getroffen ich kann uns rausbringen auch auch gott quicktime events leute ist das ein zombie oder was für eine nicht klettern gut sehr gut sogar wird weg vom rand eine minute bringt uns nicht um vielleicht doch gott du siehst übel aus wow danke rachel schon mal darüber nachgedacht motivationstrainerin zu werden aber im ernst geht's dir gut das ist so ziemlich die dümmste frage die mir je gestellt wurde jetzt ignorierst du mich also was wir fehlen erstmal lebend hier raus was willst du von mir hören weiß ich nicht etwas das uns von diesem scheiß ablenkt ok ok warum bist du füßigerin geworden ich mein du ich seh nicht so aus ganz genau ah sollte ich etwa nerd klamotten tragen man ist dir anstrengend das habe ich nicht gemeint du fällst nur aus dem rahmen niemand hätte je gedacht dass ich mal wissenschaftlerin werde etwas nur für mich kommt mir bekannt vor wirklich ich werde es intim es gibt einen anderen du wirkst nicht überrascht nick stimmt's hoffentlich mochte sie nick nicht so offensichtlich ich weiß eric es ja jetzt schon ich wollte wohl einfach loslassen mich neu definieren hey die geschichte kennst du das auf 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 Entsetzt, beruhigend. Ach du Scheiße. Ich gehe nicht weiter. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das Gute ist, aber die Arme. Ich hätte jetzt echt abhauen können, ne? Scheiße, man kann auch infiziert werden. Oh je. Wie soll die denn noch klettern, weil die schon aussieht? Wie wird der zu so einem Ding? Zweifeln sieht nicht gut aus. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen, Clarice. Wir sind fast da. Du hast mir nicht geantwortet. Oh Gott, Scheiße. Wir müssen es versuchen. Wir schaffen das. Oh Gott. Komm, Girl. Oh nein, die kann man so nicht rübergehen lassen. Nein, ich helfe ihr, Mann. Okay, Konzentration. Ich schaff das. Ich hoffe, das ist nicht mein Tod. Muss ich noch was sagen? Du musst zurück zum Tempel. Scheiße. Scheiße. Da drin ist nichts? Nichts. Hier draußen machen wir mehr Sorgen. Wir wissen überhaupt nichts von unserem Feind. Wir kennen weder Gebiet noch Truppengröße. Wir sind arm dran. Keine Ahnung, wie lange die Tore sie aufhalten. Ich hoffe auf das Funkgerät. Wir reparieren es, rufen Verstärkung, sorgen für Gleichgewicht. Sollte da oben ein Funksender sein, wird er nicht allzu weit reichen. Eine Sache hat Eric bei dem ganzen Dreck richtig gemacht. Hm, die Luftunterstützung. Zeichen und Wunder. Wenn wir ein Signal senden, können die uns vielleicht hören. Wobei wir sie trotzdem erst noch erreichen müssen. Ein Schritt nach dem anderen. Oh Papa. Oh Gnu, was ist los? Bist du der gleiche, der jetzt gerade von mir weg düst? Äh, ich bin Jason und du? Ich bin Nick. Ah, ja, dann können wir wieder zusammen sein. Ja. Nice. Es wird auf anderen Spieler gewartet. Okay, ich warte gerade auf dich, aber ich komme erst mal zu dir. Ich komme mir gerade nur diese wunderbare Tasse an. Äh, ich habe ein paar Informationen für dich. Ja, erzähl. Ich habe eine Vision gehabt, in der Nick stirbt. Okay, scheiße. Und da brennt es im Hintergrund und irgendwer greift mich und er drückt mich. Oh no. Also das dürfen wir ja auf keinen Fall zulassen. Oh no. Müssen wir irgendwas zusammen machen? Ja, wir müssen jetzt zu dem Tisch da. Äh, außerdem geht es um Vampire. Das sind einfach Vampire. Ja, ähm. Sollen wir uns erzählen, was in den Sequenzen passiert oder nicht? Weil ich hatte jetzt ja auch gerade voll die spannende Szene. Also, ja, ich dachte, wir teilen so ein bisschen die Infos. Genau. Also ich habe jetzt diese... Du musst behelfen, das Ding zum Laufen zu bringen. Ah, ne, danach. Ja. Okay. Danke. Danke. Das hat Rachel. Oh yeah. Er hat übrigens zugegeben, dass er was mit ihr hatte. Ja, ich hatte auch ganz am Anfang was mit ihm und da habe ich mich jetzt nicht getraut, das zu sagen. Ja, gut. Oh, da kann es bestimmt. Der ist bestimmt ein Profi. Oh, oh. Haben wir den nicht vorhin angeschossen? Das ist mein Homie. Shh, shh, shh. Oh, more are you being. Oh, nein. Das ist mein Chef. Der wollte, dass ich auf euer Heli schieße. Ja. Aber wir sind jetzt auf der Seite von den Amerikanern. Ich weiß es auch. Weil gemeinsamer Feind und so, ne? Freund und so. Oh, nein. Oh, nein. Nein, nein. Wir brauchen die Leute, die die hierher kommen. Ich bin mir da. Ich bin mir da. Ich bin mir da. Ich bin mir da. Die Zähler sind die Amerikaner und sie wird uns beurteilen. Ich habe mich gesehen, ich habe einen Begriff gesehen, und ich beurteilen einen. Du schaffst und weg. Du hast mich nicht gehört? Nein! Du schaffst mich an. Du schaffst mich an. Ich habe dich vorhin. Du schaffst mich an. Ich habe dich an. Ich habe dich an. Wir sind ein Libi. Wir sind ein Libi, ja. Salim muss auch überleben jetzt. Ja. Das tut dir jetzt bestimmt weh in den Ohren, oder? Geht. Achso, den. Ja. Wie bei dem Film Silence. Ja, ja. Pride Place meine ich. Ja, ich weiß. Ich wusste, ich wusste, ich wusste. Ich wusste, ich wusste. Okay. Kann ich nur was... Oh, so ein Schwein. Scheiße. Okay, das wird schwierig. Oh Gott, QuickTime Events. Wer bist du gerade? Noch gar niemand. Okay. Wahrscheinlich wieder ein Nick. Wahrscheinlich gerade ein Nick, ne? Ja. Das Arschloch. Er nimmt nur das zu ruhig. Hört er die Geräusche nicht? Ich glaube, wir können noch einmal warten, bis die Viecher hier töten. Ja. Ja. Oh. Nice. Ich hab, glaube ich, getroffen, oder? Ja. Sieht richtig aus. Ja, wie viel Magazin hast du noch, mein Freund? Ja, aber wirklich. Jetzt hat er keine Möglichkeit, sich mir auch zu verstecken in der Säule gleich. Yes. Schönes Ding. Nice one. Nice city. Oh, scheiße, das war falsch. Oh, no. Ja, aber ist, glaube ich, trotzdem okay. Trägt keinen guten Schuss. Okay, was muss ich machen? Oben, oben, oben. Die Säule oben. Jetzt musst du wahrscheinlich, ja. Ich beende das jetzt. Okay. Kann Salim den nicht einfach umbringen? Nee, ist sein Chef. Darf er nicht. Ja, wieder rein. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir dann die Sprengfallen an der Seite gemacht haben. Ja, stimmt. Was müssen wir drücken? Oh, du bist wer anders jetzt, ne? Okay. Ich bin nicht. Ah, okay. Oh, never mind. Oh, hallo. Wer hat sie denn mitgebracht? Oh. Ja. Ich habe sie am Leben gelassen, aber sie verwandelt sich, glaube ich. Ich wollte es dir sagen, aber wir hatten keine Zeit. Überrascht dich das? Alter, sie ist einfach der Action Hero. Ich habe gesehen, wie die dich... Wo ist Eric? Gebissen haben, oder was? Mhm. Nicht mehr da. Er ist tot. Bekommst du hinweg respektvoll, verständnisvoll. Ja, natürlich verständnisvoll. Er war echt okay. Das hat er echt nicht verdient. Nee. Sorry. Das ist alles, was sie zu sagen hat. Sag's mir, Digga. Ach, ich schieb's jetzt auf den Ohr, schlauer Typ. Wer spielt die aus? Sie ist infiziert. Sie will zu einem dieser Dinger. Warum ist sie jetzt hier? Sie braucht Hilfe. Ihr hilft nichts mehr. Sie sollte nicht hier sein. Stimmt. Wir müssen... Warte. Rebellisch, besorgt... Ich glaube nicht, dass wir ihr noch helfen können, ne? Nee, ich glaube auch nicht. Sie braucht... Gehörst du uns! Aus dem Weg, Rachel. Kann man der noch helfen? Nee. Er hat nicht. Ist zu riskant, sie mitzunehmen. Ihr habt gehört. Und jetzt lassen wir ihn. Ich glaube nicht, dass wir sie retten können. Auf wessen Seite stehst du? Was denkst du dir dabei? Ich denke eben. Und du solltest das auch. Wow, das ist respektlos. Aber wir haben ja diese anderen Viecher gesehen, ne? Ja, ja. Und ich glaube auch. Nee, 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 hast du nicht. Ich habe nämlich den Joey gefunden. Und der hat nämlich noch gelebt, aber als Vampir. Ach so. Weil ich denke mir halt, wenn wir die erschießen, die steht eh auf, glaube ich. Was zum Teufel, Nick! Lass mich los! Okay. Halt still! Es ist besser so! Tun Sie es nicht, Jason, bitte! Sie hat keinen Respekt vor mir. Das merkt sie sich, ne? Ja. Nein! Ich glaube, die steht trotzdem auf. Ja, genau. Wegen Joys Zustand. Hätten Sie Joys Zustand gesehen? Würden Sie verstehen? Okay. Dann verstehe ich auch. Also, weil Joey hat uns angegriffen. Wer war denn Joey nochmal? Der mit der Brille. Zum Anfang. Ah, okay. Wenn der geschlafen ist. Ah, okay, ja. Leute! Rückzug zum Haupttempel! Dann sind doch die, die wir gespielt haben am Anfang bestimmt auch Zombies geworden. Oder Vampire. Mhm. Die leben noch alle, die vor 2000 Jahren. Ja, der Werner auch. Der Werner auch, ja. Oh. Oh! Was? Oh, ja. Was hat er sie denn im Mund? Ein Auge. Sie hat Calamari gegessen. Ein Auge. Äh, wie widerlich. Wie ein Auge. Da war es nicht nur auf den Tag. Ja, und so ein Auge in der Mitte. Äh. Den hätten wir töten müssen. Den Parasite. Wahrscheinlich, ja. Warum ist der Generator eigentlich schon wieder kaputt zum dritten Mal, Alter? Verstehe ich nicht, ey. Weil er die ganze Zeit manipuliert, da stand vorn wieder so ein Typ. Die sind doch schon drin! Hier könnte niemand mehr rein! Egal, was auf der Einladung steht! Nee, geht lieber zum Maschinengewehr. Haltet das Tor! Ich werfe den Generator an! Fuck, das fehlt uns noch! Gibt es hier Minen? Weiter nicht ausreichend! Oh, bei mir hängt es gerade. Okay, dann geht weiter. Wolltest du jetzt holen? Ach, kacke. Warum springst du nicht an? Was habe ich hinbekommen? Sehr gut, sehr gut. Wer hat der Wixer nicht drauf? Du machst bestimmt gerade den Generator, oder? Ja, sie ist gerade dabei. Ich halte die Tür. Das ist unser Haus. Oh, Stacke, du erschießt mich. Nee, die wollen jetzt durch die Tür durchkommen. Und wie sieht es aus mit dem Generator? Ja, super. Sie brechen durch die Grenze! Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit! Komm schon, komm schon. Es muss doch etwas geben. Warte! Ja! Okay, geht mir in die Katakomben. Wir müssen runter. Rute? Da geht es nicht raus! Schickst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier. Alle machen los zum Aftor! Okay. Los, los zum Tor! Oh, das war cool. Cool animiert. Ja. Los zum Tor. Regis steht da einfach nur. Zurückziehen, feuern. Boah, soll ich machen. Ich würde sagen, zurückziehen. Ja, deine Entscheidung. Ich dachte, du kommst mit. Wieso kommt der denn nicht mit? Ja, warum kommt der Typ nicht mit? Oh, okay, das war's. Uh, oh my god. Nice! Die sind nicht feuerresistent. Sehr gut zu wissen. Achtung, die Sprengfallen, ja. Aber wir haben es am Rand gemacht. Und sie weiß es halt nicht. Ah, okay. Und sie ja, bleib in der Mitte. Bleib an der Wand. Nee, in der Mitte bleiben. Die Mitte, bleibt in der Mitte! Ne, wir müssen uns merken, was es war. Okay, sehr gut. Jetzt wäre ich jetzt gestorben, ne? Ja, wir werden die Mitte vermieden müssen und dann am Rand bleiben. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber wir werden sehen. Ich glaube, die rennen trotzdem rein. Oh, ja, einer. Nice. Sehr gut. Dann waren wir vielleicht doch richtig. Boah, die trauen sich aber auch was, da unten noch rumzusprengen. Ja, virtual high five, Gnu. Yeah. Jetzt muss ich den auch noch heilen. Bist du woanders? Bist du gerade? Ich bin jetzt Salim. Okay, ich bin bei uns. Okay. Also bis später. Bis später. Die Amerikaner sind alle kennenzulernen. In der Probleme, die Kumbela schlägt ihr. Ich schweige dich. Ich schweige dich nicht mehr. Ich bin jetzt, ja. Ich bin jetzt für dich. Bطl-Harb. Bطl-Harb. Ich bin jetzt für mich erzählen. Ich will all die Fähigkeiten geben, wenn ich diese Fähigkeiten will. Ein Amerikaner. Sie sind hier. ist er auch da mein freund ist mir ein bisschen ich bin auch da ja das macht mich nervös die war für unternehmen könnte helfen alle zu entspannen weil wir zu weil wir zu dritt sind können wir das halt machen wenn er mir gestorben wäre und hätten jetzt nur zwei leute hier ja ja stimmt ich habe das gefühl dass wir gute freunde sein könnten wenn diese uniformen nicht wären sie denkt ja dass wir legen diese panne aber war es ja gut doch er war es ja eigentlich schon ja stimmt ich vergaß aber ich dachte halt erst aufgespießt worden was soll ich sagen sie könnten uns echt helfen wo du musst eine entscheidung treffen okay arbeiten wir zusammen es ist der einzige weg ich muss so deinen chef spüren ja ich glaube den chef müssten wir wahrscheinlich schon töten eigentlich ne vor allem woher weiß sie denn wen wer von den beiden jetzt ihren mann ihren ex-mann getötet hat das weiß ja gar nicht der feind des feindes ist unser freund so nämlich muss was drücken gerade ne du manchmal ist es echt gut aber ich glaube es sind die laden die müssen halt auch zwischendurch laden und checken wie es in der spielstand wer lebt denn wer lebt denn noch ja guckt er mit dem kopf mit dem kopf und mit einer hand ne hast gesehen der andere bleibt einfach zurückstehen oder wie wie entspannt die jetzt gehen und er macht die tür alleine wieder zu alles klar und wie entspannt die gegangen sind ne wir sind in der opferkammer da gehören wir hin genug geil weil wir opfer sind geil willkommen am ebelsten ort auf der ganzen welt nö das wäre ja mein schlafzimmer oh nein weiß warum es die opferkammer ist überlebe den angriff oh gott voll in die falle ne ne wir schaffen das ja volle konzentration wir wollen hier niemanden mehr sterben sehen ok oh scheiße Jason Jason oh hallo ich glaube da stirbt jetzt ach scheiße mach die mich nicht heil hast du das auch gelesen ne ich weiß gar nicht was sie was siehst du gerade den Vampir oh ja ja das ist Werner der schwarze Schleim von denen macht scheinbar High der Speichel der Speichel von denen macht High umso näher er dir kommt umso schlechter oh nein sehr schön Gnu sehr schön also du bist ein Bist ha 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 ich will aber dir helfen ja das kriegen wir noch hin und der steckt so grad so oh nein echt ist der nicht du und musst dich jetzt entscheiden ja es kommt auf mich oh ich bin ja ein Libi oh nein oh nein ja nice Alter Salim ist einfach der Held der ganzen Geschichte ja ok das gute Fix bringt gar nichts gegen den Vampir ne und tschüss oh nein nicht die AK-47 mein bester Freund scheiße ich glaub da wird das nicht überleben oh Gott oder er wird zum Vampir 4 gegen 1 ist aber unfair ja aber alle auch noch oh Gott der kleine irakische Snack wird zwischendurch Prost Mahlzeit an der Stelle ja ja und der Nick ist jetzt einfach zurückgelassen worden ganz toll ja der wacht bestimmt gleich auf und muss dann alleine sich weiter vorkämpfen ne ja ich glaube auch und zwar jetzt ok warte mal wen spielst du jetzt den Philo den Jason achso ich bin auch bei Jason grad noch ok gut oh er hat's allein geschafft du bist jetzt Salim und ich bin jetzt Jason ok achso so dann sehen wir uns auf der anderen Seite genug ja ja einfach Nick anlauern stellen oh je ich weiß gar nicht wer das ist achso er achso er oh je achso ist ja Papo ne er weiß grad gar nicht was er machen soll ich schieß nicht boah ich könnte ihn jetzt abknallen ne überleg mal was soll bewegt dich ja nicht ja Moinsen du bist ja in der Nähe ich hab extra nicht auf dich geschossen sehr gut äh äh bist du allein hat es noch jemand geschafft es ging alles zu schnell jetzt gibt es nur noch uns beide nur dich und mich das ist ja großartig ich will dir wirklich nichts Böses ich wär's ich wär's ach was ich bin der mit der Knarre mhm du wirst unsympathisch mittlerweile also nicht Salim also nicht Salim nicht du sondern mein Charakter so wir müssen im Team arbeiten im Ernst ich bin froh einen Menschen zu sehen Dieter was hast du eigentlich für ein Gerät in der Hand was ist das das ist ein dein Freund meinte der Feind meines Feind ist mein Freund der Feind meines Feind ist mein Freund das stimmt nicht immer aber wir überleben nur wenn wir zusammen kämpfen ja das Schwert und das Schild bisschen arg geschwollen aber gut ok Kurs aktualisiert ja 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 Eisenstange hab ich das Wort vergessen ich hab ein Eusenstängle Eusenstängle wer lebt denn jetzt eigentlich noch irgendwie schon alle außer dieser eine noch mhm also wir beide wenn du auch nur versuchst mich zu verarschen ich schwöre dir ich brenne alles ab den Versuch überlebst du nicht ich hab ein Feuerzeug denkst du Marins machen mir Angst ok also ich finde ja hier also die Schlange im Schritt die macht mich schon ein bisschen mhm ja ich hab's auch schon gesehen das hat mich ganz ruhig gemacht das sieht wie die einzige Chance aus einer hält das Tor auf der andere schlüpft durch das ist einfach eine magnetische Schulter oder so das kann halt nur ich ich bin dann extra eine Metallplatte in den Rücken machen lassen dafür wir könnten dieses Tor niemals zu zweit hoch geben niemals und du alleine auch nicht ach du scheiße alles ok und ich geh da auch noch rein wer weiß wo ich da jemals wieder rauskomme es ist blockiert ich muss einen anderen weg finden wer weiß dass es überhaupt einen gibt man das war für mich das Schlimmste ich versuch's mich durch die Wand durchzuschießen ja genau wie Minecraft zu hacken ich hab meine Pickaxe vergessen scheiße ich denk mir halte ich dir mal vor du bist halt in der Sackgasse und dann bist du halt im Arsch hier gehst du nicht aber ich muss meine Seite freiräumen oder erstickst ja mal schnell sie könnten überall sein yes genau nehmen wir mal so einen schweren Stein einfach hast du eine Idee womit wir es zu tun haben ich sehe wie Pire das sind Vampire unmöglich ja genau unmöglich mein Vater sagte wenn es nach scheiße aussieht und nach dem es riecht musst du es nicht auch noch probieren wir müssen zusammenarbeiten um sie zu besiegen richtig natürlich ja stimmt ich habe vergessen wir haben vor eine schlange gesehen im schritt alter ich bin so ein bisschen klaustrophobisch also ich finde es auch schrecklich hast du schon mal so ein video gesehen auf youtube wo die sich wirklich die kleinsten engsten höhlen ganz 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 tief das glaube ich das was mir am meisten also da das wird das macht mir am meisten unbehagen so was gab doch mal einen mann der ist irgendwie kopf über eine höhle stecken geblieben man konnte nicht mehr helfen dann musste man ihn dort quasi weil ja voll schlimm einfach auf gott also das ist auch das gefühl einfach dich nicht richtig bewegen gefunden ja okay das mal durch können wahrscheinlich jetzt genau das okay kann meine kleinen eisenstange schmeißen um dir das leben zu retten ich guck's mir auch mal ein eisen stänkchen ja gut dann will ich auch hoffen dass du das machst mit der eisen stänkchen das eisen stänkchen wo wieder ein täflchen täfischen r32 was wirst du als erstes tun wir es hier raus schaffen die merken meine sohn er was er 32 weil ich habe auch schon vorhin mit ihm ein code gefunden noch zwar a59 so wirst eigentlich ganz in ordnung und noch ein code also sag es mir warum hast du für saddam gekämpft wieso sage ich es dir nicht ja weiß ich auch nicht anfangen kannst du anfangen zu reden ich möchte das nicht mit dir teilen muss ich denn hier runter muss ich außenrum gehen ja muss ich werde mit dir die kommen aus dem loch jetzt gleich wieder raus naja das sind ja auch so loch kreaturen remember nein 11 was bedeuten die symbole auf deiner mütze ach ich weiß es gar nicht nicht er die toten und die toten zu ehren deshalb kämpfe ich ein grund ist wie der andere es ist ein guter grund der einzige gott ich habe kein problem mit dir dann hast du wohl irgendwas verpasst also scheiß patriot als die flut kam spürte sie die wände weg als die dürre kam trocknete der fluss aus und er hatte durst insekten starken den mann andauernd aber jede nacht sagt er seiner frau wir haben so viel fisch was dein volk wollte diesen krieg jason du solltest einfach mal die klappe halten naja weil er der fluss leer war haben sie ganz viel fisch das heißt er hat aus einer situation was positives noch gesehen wo das war ja ich hätte ja gut ich wusste wieder einer unserer freunde als kreaturen design ist schon cool ja ich glaube ich glaube kämpfen ist an der stelle richtig ich muss wahrscheinlich meinen spieß schmeißen oder schaffst du das öffnen auch alleine glaube ich okay es kommt auf meinen spieß an rein in den ass hier ist die spießzeit muss ich echt aufpassen du siehst dich nicht noch als spieße ne ja das war wirklich knapp nur so ein spießer wenn ich groß bin will ich auch mal spießer werden kennst du die werbung noch ja ja geil legendenkilowährung dass wir hier rauskommen okay machen wir mal ein licht die an wir sind nämlich ein little nightmare ich habe eine taschenlampe links nichts für diese lichter die hier überall liegen aber es ist auch schon also stell dir mal vor sowas gab es ja früher wirklich so ein bisschen ich wäre hier fast in das loch reingelaufen diese tempel ja und ganz schrecklich aber wie die das gebaut haben müssen das ist wahnsinn ja auch die fallen das ist so krass die so richtig lieb aus gell du ja du bist ein lieber wir sind ein team ist wohl eine krankenstation könnte nützlich sein experimente wenn du 60 jahre altes dynamit einpacken willst dann bitte gut das war's dann wohl so was haben wir denn hier bestimmt experimente das ist schon blut auf der britsche große mengen blut im magen analyse der blutprobe zeigt hohe adrenalin dichte ernährt sich der organismus vor angst jagd opfer angst ein adrenalin wird ausgeschüttet angriffe krankengeschichte namen marie 1900 19 30 temperatur puls gefährlich hoch 170 patienten was sind meist bewusst so wach gelinglich auf und schreit schwitzt weiterhin krankhaft salzversorgung niedrig bewegung unter der bauchdecke um die nebenniere herum ok er rät zu op zu diagnose diagnostischen zwecken aber ich fürchte m würde das nicht überleben 20 10 temperatur 38 6 also geht hoch wird immer schwächer weitere bewegungen unter der haut parasitärer organismus fragezeichen eintritt des todes um 20 uhr 13 ok ich habe eine wichtige note gefunden erste jahre 1947 weil es gab mir diese bretcher von der ich vorhin erzählt hat die erforschung gemacht haben das aborteur hat wieder zugeschlagen und uns hier eingeschlossen wir sind gefangen mit diesen kreaturen wir kreischen der töne von überall her aus der dunkelheit crowe hat sein maschinengewehr geladen und zielt in richtung der katakomben mary hatte recht wir können das was nicht lebt nicht bekämpfen uns bleibt nur noch eine wahl wir müssen den gesamten verdammten tempel über ihn einstürzen lassen und wenn das bedeutet dass wir mit hier begraben werden sie dürfen nicht von hierhin kommen also wurden wieder irgendwelche experimente und forschungen zu einer katastrophe ja also wie immer die im alibern der und wer jetzt ausgelöst die amerikaner die amerikaner was ist das was immer die viecher sind sie trinken blut ja ist ein vampire das habe ich schon nicht nur blut adrenalin sie ernähren sich von der angst ihrer opfer also wenn wir keine angst zeigen das kriegen sie echt gut hin ja also kiffen ok klar ist immer da und natürlich war spaß zuerst das lässt hoffen die hoffnung stirbt zuletzt wenn ich jk rowling hast nix verpasst sagen die leute ne hast du wirklich nicht so was ach blöbig was ist das hier ist der waterfall wie tief komme ich noch unten an ja wollen wir nicht raus deine frau ne da kennt man jemanden all die jahre und kennt ihn doch nicht ich habe den hier unten gefunden ich wusste nicht dass er verheiratet ist dass das arschloch von vorhin das war so ach jetzt was seine first okay er hat es nicht geschafft ja ich hätte nicht urteilen sein du bist okay er ist wirklich ein smarter boy ja okay umweltverschmutzer weg mit ihm okay was ist denn jetzt los alter ja irgendein licht habe ich vorhin auch gesehen mit der rachel als ich unten war in dem blutsch grünes genau das nämlich die gruft wirklich die gruft ganz schöne wundertüte hier ist wie tik tok ok voila was ist denn das was hältst du davon sowas habe ich noch nie gesehen same siehst du das aufzugskabel grünes licht rotes licht aber wohl nicht mehr nach oben dann sind sie bestimmt noch um nein 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 wir gehen da nicht runter die archäologen saßen da fest was sagt ihr das wir sind keine archäologen unsere welt ist da oben und nicht da unten ja eine monster mich steht zwischen uns und da oben sie kommen sie kommen er mit seinem schlag mit seinem schlagstock sie kommen garantiert von da unten willst du sie auf ihrem boden bekämpfen das habe ich seit ich in diesem land angekommen bin bring den aufzug zum laufen ich habe vorhin irgendwas gelesen warum dass man da anscheinend eine maske tragen muss weil das so einen heil macht die dämpfe also das wäre auch mein erster gedankt gewesen wir sollten nicht in diesen rauch rein nee und für so einen komischen aufzug fahren oh der aufzug sieht doch nicht schön aus oh gott du dieses gestreie wie im hallenbad aber ich verstehe nicht warum er da runter will das gibt keinen sinn das ist auch nicht einfach nur dumm das ist echt wie so ein hallenbad gell ja die terme hehehehe ein uraltes grauen wurde aus seinem schlaf erweckt und giert jetzt nach blut wie viele die schatten wohl verschlungen haben rachel rachel hat zurück ans licht gefunden schade dass ihr mann nicht dort war um sie zu empfangen schwein wäre schön gewesen nur ein name steht im buch das ist zu verschmerzen in anbetracht der umstände hoffen wir mal dass sergeant k nichts bedauerliches ereilt hat wen der abgrund verschlingt kann selten davon berichten und jason und salim erzfeinde die das kriegsbeil nicht begraben können außer das beil ist im rücken vergraben ich möchte ja kein schlechter gastgeber sein aber die zeit arbeitet gegen uns ich warte dann hier um ihre geretteten schützlinge zu begrüßen oder um ihre überliste zu vergraben aber okay jetzt geht es richtig ab ich glaube es war jetzt so die ansage für reist euch zusammen jetzt geht es ums richtig huch okay campslayer drei wochen zuvor das siehst du auch ne wie oft denn noch so bin ich so gehe ich damit um und ich habe es sagt dir das erklären zu müssen ja ja das ist jetzt mein leben und ich lebe es wie ich es will was war das eben jetzt nicht ja es passt mir jetzt grad nicht ich bringe nur die akten die sie wollten nicht jetzt ich sagte nicht jetzt ich wollte sie nicht ärgern schon gut okay bisschen schwankung wir alle hier wir laufen wohl alle vor was weg ich ich ganz bestimmt sie waren in den checkpoint mist verwickelt die erschossene frau schon okay ich bin für sie da okay ist auch drei wochen zuvor aber ich war doch ein jahr schon mit ihnen zusammen jeder scheint eine meinung dazu zu haben ich komme damit klar doch er hat zunächst gesagt ein jahr geht es schon mit mir und ihm machen die grad ein auf professionell sie haben genug sorgen ne er sieht sie ja und wer auch immer das war er klang naja wie ein richtiges arschloch hier hat sie grad gepupst das ist also auf oder fragen sie und ich helfe ihnen damit oh 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 ja jetzt wacht er auf ja aber ich dachte doch die sind nämlich schon ein jahr zusammen echt also er hat gesagt das ist drei wochen erst hä aber sie hat doch gesagt das geht ein jahr schon oder beherrsch dich ach die ehe war ein jahr her ich bin jetzt nick also viel erfolg mit rachel dann war es ja gar nicht so ernst ich dachte wir sind ein jahr zusammen deswegen habe ich mich auch so geärgert am anfang weil ich dachte fängt was neues an und verarscht den naja super du bist bei mir ne ich bin jetzt grad nick und du ne ich bin nick oder und du bist rachel oder nicht ich weiß nicht wir gucken gerade beide auf dem Fall ach so ich dachte die haben schon ein jahr was miteinander ne ne oh mensch frisch verliebt die anfängliche spannende phase ja die anfängliche ich dachte du wärst tot ich dachte du wärst tot oooh iiih bäh oh nein ich hab doch blut von anderen menschen aufgelippt das oh not this asshole again ich bin oh er kann auch brennen oh mein god oh mein god he is fast he is fast oh jee oh oh jee oh 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 er ist schnell oh man krieg ich meine pause hier oh gott oooh was machst du mit der hand los 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 ah hier waren wir voran ja wir sehen gleich auch die Pfeile auf dem Boden hoffentlich oh god oh nein wir müssen atmen oh nein oh no oh no oh no das ist unser nemesis in diesem spiel ja okay ich werd mir so viel Mühe geben ich war noch nie so gut in diesem gelb ach er kann nix sehen oder oh gott okay oh nein papo 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 nein also bei mir siehts halt aus als wärs drin ich glaub ich muss einfach viel später drücken okay du musst mir helfen ja oh das ist natürlich toll bei einem Vampiren der dich dann in den Arm beißt und ein bisschen dead oh ich hab schon wieder verkackt oh man ich weiß halt immer nicht wo die Tasten auf dem Controller sind ich hoffe du bist jetzt nicht infiziert ne ja safe bin ich tot ne ich hoffe du bist nicht infiziert naja doch glaubst du? ja ich weiß halt nie ach ich muss immer runter gucken was wo welche Taste ist an alle die fragen ich und Papo laden es dann hoch natürlich auf YouTube damit ihr es komplett anschauen könnt das war haarscharf da hinten wir atmen noch das Glück hatten nicht alle Hauptsache dir geht es gut Hauptsache Alessio geht es gut oh ich werd schon bleich ne müssen wir reden? worüber? über uns ich muss wissen wie es zwischen uns steht wenn ich heute sterbe wenn ich sterbe will ich wissen wo wir stehen oh Gott ich kann es beenden oder für uns gibt es eine Zukunft Eric war ein guter Mann aber er ist fort Rachel und nur weil er fort ist will ich dich gar kein Drostpflaster Mann ich will dich nicht verlieren jetzt nicht und nie mehr bitte jetzt nicht küssen ich bin so dann bleib dich bei mir Marine ich geh nirgendwo hin du stirbst noch du wurdest angekratzt von dem Typen ich will dich nicht verlieren jetzt nicht und nie mehr hey warte mal das hat er doch gerade eben schon gesagt er will halt nochmal sicher gehen dass uns das klar ist es ist Jason er lebt noch Jason der Rulo wir sollten los suchen wir Jason ich glaube schon aber jetzt kommen wir in diesen Furzkessel rein ja das macht mich so sauer mit den Skillchecks ich habe gerade schon mal im Chat gesagt bei DVD musst du ja immer ein bisschen früher drücken als es angezeigt wird und hier ist es halt du musst wirklich ganz genau drin sein ansonsten verkackt man es und deswegen kriege ich das nicht hin ich finde es auch nicht easy ich habe schon viel krankes Zeug gesehen aber das hier schlägt alles sie scheinen uns nicht zu folgen willst du auf sie warten oder musst kein Flugscheißer sein gehen wir die Höhle der Blähungen willkommen willkommen wie über all diese Forschungssachen genau geh du dahin ich sehe schon komm geh du sei nicht so schüchtern ich komm nicht durch ich mach das Feuerzeug an und alles explodiert weil ja alles voll mit Gasen ist Funde Mappe 3 ok kann man das auch aufmachen oder so naja ok jetzt wird aufgemacht oh ich glaube jetzt ist es wichtig viele der Funde belegen unsere These dass der Tempel für Opfer genutzt wurde wir wissen dass eine jahrhundertlange Dürre das Arkadische Reich bedrohte dieselbe Dürreperiode die auch das alte Königreich in Ägypten heimsuchte die Dürre führte zur Massenflucht aus vielen mesopotamischen Städten und lockte die barbarischen Stämme der Gutea aus den Bergen hinab auf das Flachland es kam zum Krieg zwischen ihnen und den Arkadern in diesem Tempel finden wir Belege dafür dass man verzweifelt versucht die Götter milde zu stimmen zugehörige Funde R6 ok R6 sind diese Steine wahrscheinlich ne schwarzer Onyx mesopotamisch Uhr 333 Zeit ich weiß nicht wer mir das vorliest Onyx Steine waren ein Symbol für negative Energie und Unglück vielleicht aufgrund der Überzeugung dass böse Uduk Dämonen die Welt bevölkerten R19 Stein mit Loch ok wie ist das? Ach das da ok mesopotamisch Uhr 3 Zeit der Stein zeigt Figuren der eine Sonnenfinsternis anbetet zusammen mit R6 bildet das Stück eine Sonnenfinsternis ab die eine Katastrophe vorhersagt ok hm ich glaub hier schlüpfen die Vampire bei dir? wo bist du denn? diese Kokos ich glaub da kommen die raus oh ich hab ne Steintabel gefunden oh was sagt die? ähm Salim äh wird im Kampf mit nem Vampir sterben oh nein und zwar sein Kopf wird aufm Boden zerdrückt wenn man's halt dann nicht hinbekommt äh Randolph Hudson was ist denn das hier? vielleicht erfahren wir sowas nützliches ist das so ein Kokon? ja na gut was ist das? ein Kokon? oh ok riecht nach Formaldehüt nach Formaldehüt 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 hast du das gefunden? ja ein dead body oh und hatte der irgendwas oder so? ne also er sagt nix dazu was ist das hier? ah da liegt was rum ok oh was ist das genau? eine Irr eine Irr Mary das ist die die zum Vampir wurde seine Frau wer das auch war sie hätten im guten alten England bleiben sollen ok ich hab auch noch nen Zettel gefunden wenn dieser Tempel fällt werden meine Frau und ich wenigstens das das schulde ich ihr wenigstens das schulde ich ihr ach weil was unlederlich ist das Porträt das ich mit meiner Uhr bei mir trage zeigt die Mary an die ich mich erinnere nicht dieses unlederliche Monster wahrscheinlich hm also Lady Bradshaw ist schuld sie wusste anscheinend von Anfang an was hier unten ist ich les mal kurz einfach durch und versucht zusammenzufassen ich glaube jetzt kommt gleich so der klar wenn dem was wir jetzt sehen werden mhm jetzt macht es gleich Puff eiserner Zelthering Zelthering ah ok der alte also Metall durchs Herz funktioniert ok ok ah deswegen muss ich wahrscheinlich nachher auch mein Spärchen schmeißen weißt du ich muss ja nachher den Spär schmeißen mhm das wird uns wahrscheinlich das Leben retten hoffe ich mal ok ok Endboss Szenario let's go glaubst du siehst so aus ist ja eine Plattform in der Mitte einer einer großen Halle jetzt geht es um die Wurst also der Typ hat ja vorhin schon die Ansagen gemacht jetzt am Ende können dann alle sterben oh das sind das sieht ja Raumschiff mäßig aus what is this what is this trickery ja gleiche Frage das sind Außerirdische einfach oder willkommen bei Matrix was ist das hier ja so ein bisschen schon ja hast du die Matrix-Filme gesehen? mhm voll vor allem das Ende ne sieht echt aus wie die letzte Staffel letzte Folge ich will die raus ich will ich muss raus was ist diese Hölle? ist das wirklich echt? ne fake fake news fake news wir werden gerichtet Gott bestraft uns für alle Fehler die wir je gemacht haben mhm als uns meine Frau verließ wollte ich dass er alles hat was ich nie hatte Alleinerziehend muss hart sein schon aber mein Junge macht mich sehr stolz das ist das Wichtigste er geht nach London zur Universität wenn er nur nicht klauen würde er fehlt mir so sehr er fehlt mir so sehr mhm mhm die grüne Zona der Checkpoint welcher Checkpoint? oh ist da eine Frau getötet? wurden aufgehalten am Checkpoint hatte es schon mehrere Anschläge gegeben da war eine Frau sie hatte eine Tasche fuck geht weiter ich sagte ich sagte sie soll stehen bleiben aber das tat sie nicht sie ging weiter ich hätte ich nicht sagen sollen ich musste was tun und Nick hat sie erschossen boah er verpetzt ihn einfach was war denn in der Tasche? Einkäufe verstehe ich nicht warum ist sie nicht stehen geblieben? ja hat nichts gehört sie hatte Kopfhörer auf das 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 ist Schwachsinn ich will hier keine Toten ehren das ist doch nicht meine Frau mein Leben war komplett am Arsch ich wollte hier unbedingt dabei sein jeder hat seine Gründe tiefgründig oder nicht tiefgründig ja als die Türme fielen war ich völlig bekifft man ich habe erst eine Woche später davon erfahren tiefgründig genug nee es war nur was was er bereut hat es war nicht die Frau von Zahle ich weiß nicht mal was zur Hölle ich hier mache aber er hätte sein können im Dienst deinem Land die Frau hatte Familie Freunde und ihr ganzes Leben vor sich wir haben es mit einer Kugel beendet fuck warum mhm das ist ein bisschen mit meinem Knüppel so vomp über den Kopf und dann wäre er tot ich kann dich denken hören wir warten darauf dass was passiert vielleicht sollten wir selbst dafür sorgen dass etwas passiert was schwebt ihr denn vor wir gehen da rein und tun ihnen irgendwie weh diese Dinger sind in unseren Köpfen sie wollten uns töten aber du und ich wir stehen noch glaub dran Salim wir kommen hier raus und sehen die Sonne wieder glaubst du denn wirklich daran hurra was ist das für ein Geräusch das Motto der Marines oh dann will ich jetzt auch ein Marine? eins nach dem anderen ok ok hey was auch immer passiert ich deck dich nice nicer dicer ja küsst euch es geht nur so ich will dass bald ich will dass der Rest jetzt rauskommt ja gut Nick ist ja tot ne den habe ich umgebracht schade drum oh stimmt wer lebt da nicht noch Rachel und Nick ja ich glaub Chase macht einen Tee zur Beruhigung ja das hat jetzt irgendwie echt irgendwie so Half-Life äh nicht Half-Life äh Halo Vibes ja voll stimmt oh ähm und Big Chung is whole und Big Chung is whole ist es... ist es der Todesstern? hau ich dies vor sind was ist das? was ist das? was ist das? wahrscheinlich kein Feuerwerk was Feuerwerk? was ist das? was ist das? was ist das? was ist das? ich habe heute nicht gesehen aber wir werden bestimmt auch die Mary treffen da bin ich mir sicher ja wahrscheinlich ist es die Mama ja stay with me now da ist doch was links weißt du was? das ist es doch nicht erkunde das Unbekannte erkunde das Unbekannte wahrscheinlich ist die wie so ne fette Biene die die ganzen Dinger da zeugt das ist immer so ne so ne Melko ok hier sitzt wirklich noch einer drauf ist der tot? oh sorry alles gut verdammt naja ist gut hast dich jetzt sieh mal ja stimmt so ein bisschen Alien ist es auch ne hm Ridley Scott Alien dieser Orn könnte schon seit tausenden von Jahren hier unten sein Gott hat sie nicht erschaffen nein vielleicht sehen wir das von der falschen Seite was soll das denn heißen? wir sind die Eindringlinge oh oh bleib bei mir ich geh nirgendwo oh was machst du? Jason was ist denn das? du hast die Mistviecher gesehen das sind nichts in Gespräche hier es macht Geräusche es macht Geräusche das Ding? ja fasst es mal an das ist voll gruselig ok ich fass es mal an so mega weird irgendwie grad was passiert hier eigentlich? das ist so ne so ne Klangtrommel ok ok ich weiß nicht was es sein soll aber gut ich glaub da brauch ich dich ich glaub die meinte ja was ist denn das hier alles komisches? das ist ein bisschen Devil May Cry mäßig grad auch alles das hab ich nie gespielt boah ich... du hast dir das hier grad angeguckt ne? gab's dir irgendwas zu sehen? irgendwas oder? nee gar nix das kann ich dir voll empfehlen Devil May Cry macht so Bock und die Männer sind so hot ähm es gibt auch mal was für die es gibt auch so Männer zu klubschen aber auch mal was für Frauen ja aber ich glaub der May Cry ist nicht so mein Game durchschnetzeln? ja nee dieses dieses super krasse Combo Attacken Game Spiel ne ich kann nicht reden so wen haben wir denn hier? oh look 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 das bin ich gewesen mit den Ketten oder? oh ja nee du das ist der ja das ist der eine Dude der gestorben ist ja der Gefangene ganz am Anfang ja schau ihn an ja ich schau ihn doch an die Röstung Totaler Methusalem der Kerl ja guck ich hab auch die Kette an oh ja ich bin auch ganz schön gut konserviert scheiße what hast du das gesehen? ich bin auch konserviert der lebt das ist unmöglich an diesem Ort ist nichts unmöglich oh scheiße what der war die ganze Zeit lebendig und sitzt hier mit halbem Kopf rum ach chilliges Leben ich weiß hat sein Fleisch erhalten sein Gehirn naja aber Gehirn braucht da auch Organe er kann nicht so bleiben ja außer das er hat so Zeit sich daran zu gewöhnen ich hab mich auch erschrocken ich mein's ernst nein das lockt die Vampire an Salim ist so smart über 4000 Jahre liegt er da schon aber warum irgendwie bleibt man da unten konserviert so wie es aussieht ja diese Flüssigkeit macht das ne das ist bestimmt das Vampirblut man bleibt irgendwie konserviert Don't touch me now Don't touch me now I'm having a good time I'm having a good time oh das ist ach ok deswegen das macht Lärm ne I understand das kann uns nachher den Orsch kosten den Orsch? ja wenn du da drauf trittst dann explodierst das heißt wir müssten eigentlich hier lang geht aber nicht das macht's wieder nix ok ok ja komisch das gäbe zwar konserviert für immer Tupper ist Raumschiff ich will auch mal ein richtiges Lichty ich hab immer nur mein dummes Feuerzeugy ja aber das reicht doch nein das Lichty tut es nicht ausreichend das reicht doch ja das reicht doch sag mal das ist doch wählerisch ey ich brauche mehr ich werd mit der ich werd langsam hab ich ein Konsumverhalten ich brauch mehr ok don't rush slow touch ö ö ö ö ö ö Ä... aber warum laufen wir denn hier unten rum? ist das irgendwie so so dämlich warum sind wir Why? Das frage ich mich auch, ich frage mich auch. Oder Scha. Okay, pass auf, ich gehe, ich gehe andersrum. Okay. Es sieht schon so sick aus, guck dich mal nach oben rum so. Ja, ist schon mega nice, aber ich bin gerade ein bisschen raus aus dem Game, muss ich ehrlich sagen, durch dieses Ding hier unten. Der Ruler. Wo bist du denn? Ein. Ja, da komme ich jetzt nicht so schnell hin, ich bin auf der anderen Seite gerade. Ah, was hast du gefunden? Ein Schädel von diesen Federmäusen. Okay, den will ich mir auch angucken. Oder, lohnt sich das? Ich glaube, es lohnt sich nicht. Oh, oh, da sitzt einer. Echt? Ja, rechts. Ja, rechts. Äh, es sind doch mehrere. Was ist? Schau. Ich glaube, diese Kokons werden zu den Dingern. Genau, da werden die geschlüpft. Ich glaube, die schlüpfen da nicht raus, sondern die Kokons werden wirklich tragisch zu den Dingern. Ach du Scheiße. Ja, es sind nur ein paar. Ein paar Mitesser. Ja. Dann denke ich dasselbe wie du. In die Luft jagen. Oh God. Oh God. Oh my God. Die sind ganz schön groß, ne? Vergruselig. Und jetzt wieder. Nein, 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 nein. Oh God, jetzt müssen wir leise sein. Okay, nicht auf diese Dinger drauf treten. Komm mal, ne? Weil du musst auf den Boden gucken. Da, wo die Wurzeln sind, darf man nicht lang gehen. Okay. Dann musst du vorgehen, weil ich habe halt nur ein kleines Feuerwerkchen. Dann gehe ich mal vor. Ja. Okay. Das ist langsam. Oh ja, Vorsicht. Oh Gott. Überall. Ich sehe es schon. Bleib ganz genau hinter mir, Kno. Ja. 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 Oh, hier kommt man, doch hier kommt man durch. Okay, na what meint. Warte, wir hängen gerade nebeneinander fest. Das höre ich öfter. Okay. Oh. So. Wo müssen wir jetzt lang? Da kommen wir nicht lang. Ah, hier links. Noch weiter links, ja. also es geht feuerwerke los ja hier lang wird es immer mehr schwirisch nicht mal geräusch gemacht ich glaube das konnte mir nicht verhindern weißt du nicht da war ja keiner ja also ich muss nicht noch mal raus hallo das war gar nicht laut ok wieder schön durch den spalt ja schrecklich unter zeitdruck hallo hey wir sind jetzt bei world of warcraft angekommen oder bei lol hier ist der nexus genau und jetzt drauf du warst echt die verdammte kavallerie aua noch nicht ganz wo ist rachel gute frage schön sie wieder zu sehen hier meine hand hier mein fuß ja viel spaß damit ok wir sind 3800 fuß unterm ok also dass das jetzt noch mal so in die richtung sich lenkt das hätte ich aber auch nicht gedacht auch nicht nick ist ganz blass ja das stimmt der wurde auch vorhin gekratzt ich hoffe nicht dass das kratzen irgendwas bedeutet da werden wir sehen ein plan muss her wir machen die biester fertig und hauen ab geiler plan das war ein absoluter scheißplan ja drei mal 40 mm explosivschuss zwei 9 mm pistolen und vier magazine das sollte passen nein und zwei phosphor geschosse die sind wichtig weil die haben wir vorhin nicht benutzt ja es reicht einfach nicht und wir haben das hier ist alt unberechenbar es muss eben reichen keine lunden aber wir können sie mit dem c4 hochjagen ja wir sie ballern noch gut die vampire kommen aus diesen kokons ihr habt die ganzen dinger gesehen da könnten tausende drin sein wir jagen sie hoch fackeln so viele mistfiecher ab wie möglich und dann zurück nach oben machen wir es so sergeant salim wurde aufgekratzt echt weiß ich nicht ich lasse nicht zu dass er eine waffe hat doch stimmt doch stimmt aber nicht vom vampir sondern von der fledermaus unsere forscher kommen wir waren wohl auch hier ja stimmt dann macht es vielleicht doch nichts ich würde mich freuen ist ja mega bad nur weil du ein paar quicktime events verloren hast und dann deine charakter am ende sterben aber das ist ja das ist ja das spielprinzip ne ja okay ich bin rachel ich bin jason der rulo so was haben wir hier die seine gewStin übernimmt ein Körper. Das hatte die doch vorhin auch im Maul. Weißt du? Nochmal, bitte? Die eine hatte doch vorhin so einen Parasiten im Maul. Das heißt, es geht um Parasiten. Ja, true. Ich habe, glaube ich, noch eine Steintafel. Schau mal an. Ja, dauert gerade ein bisschen. Sie kommen, wir müssen es hier beenden mit unleserlich. Wenn mir noch genug Zeit bleibt, wird es meine letzte Handlung sein, dieses Tagebuch auf, bla bla bla. Vielleicht kann es als Warnung für jede dienen. So, die Knochen dieses Tempels sind blutgedrängt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas uraltes Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, da er unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln, für die Menschheit. Mary, es tut mir leid. Keiner von Ihnen hat überlebt. Ich glaube, wir auch nicht. Ich habe noch ein, äh, ich habe, hier hat irgendwer ein Lied aufgeschrieben. Mal, okay, Salim hat was gefunden, da müssen wir gleich hingehen. Okay, ich hänge jetzt leider irgendwie fest. Wer auch immer dies findet. Oh, sorry. Macht nichts. Lässt es mal kurz vor. Forgive me, I have... Sabotage Dynamite. Geht es wirklich nur um diese Tafeln? Das war, glaube ich, wichtig. Warte. Ich hänge leider fest. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich komme gleich. Ähm, hier steht, verzeihen Sie mir, ich habe das Dynamit sabotiert, um meine Kollegen daran zu hindern, diesen Tempel vor der Welt zu verbergen. Ach, sie hat doch vorhin eine geschrieben, dass doch irgendwer etwas sabotiert hat und sie eingesperrt sind. Lady Bradshaw hat mich zu Recht hierher gebracht. Diese Kreaturen sind der Schlüssel zu unbegrenzter Macht. Hier liegen Geheimnisse verborgen, mit denen die Menschheit nach den Sternen greifen könnten. Vielleicht sogar die Unsterblichkeit erreichen. Bitte schützen Sie diese Ruine und nehmen Sie mir meine Tat nicht übel. Ah, okay. Diese Konnexchen. So, ich komme mal zu dir. Wo bist du? Hier hinten. Da, wo das Licht an und aus geht. Ah, okay. Warte, der ist da. Hallo. Vielleicht kann ich halt ihm reden, dann geht es bei dir weiter. Ja. Ja, okay. Hat er einen Geist gehandelt. Ja. Oh, das hätte ich mir ganz gut aufschieben. Oh, das hätte ich mir ganz gut aufschieben. Oh, dass sie rufen jetzt die, ähm, Dinger dabei, herbei, ne? Okay. Okay. Ich würde an ihrer Stelle mir mal das ganze Blut wegwaschen. Ja. Wie verwirrt sie geguckt hat. Mhm. Okay, ah, wir müssen jetzt zusammen was machen. Oh Gott, ich pool da mit meinem Finger so rum. Guck mal, welcher, welcher bin ich denn? Der oben. Ach so. Äh. Ich, ich habe keine Ahnung. Auch nicht. Das machen wir hier. Ach so, A95, R1,9 und R3,2. Aber was hat das zu bedeuten? Ich checke es nicht. Okay, mal, ich glaube, man kann immer nur, okay, bleib, bleib, bleib unten. Jetzt bewegt deine Hand mal. Okay. Okay. Patz, patz, patz. Okay, du musst noch mal bewegen. Keine Ahnung. Okay. Also wir haben einfach Töne gespielt. Ja. Ich fahre, sowas passiert jetzt. Das ist unglaublich. Wir rufen die jetzt bestimmt zu uns. Perfekt. Mary glaubte, dass die Kreaturen einst friedlich waren. Ihre Sprache war Musik. Wie könnten sie da nichts fühlen? Was ist passiert? Eine Krankheit? Wahnsinn? Wir wurden aus den Architekten Killer. Was ist auch wahr, es hat sie verändert. Vielleicht durch die Menschen. Tiere, tote Wesen. Keine Opfer übrig. Sie schliefen. Und warteten. Und zwar auf uns. Ist dieser Scheiß glaubwürdig? Ich weiß nicht. Aber die gute Mary hatte mit einem Recht. Hier gibt es nur noch Böses. Es kommt noch mehr Elends aus mal her. Vielleicht haben wir jetzt echten Signalen ins Weltall geschickt. Das kann natürlich auch sein, ne? Ja. Aber was ist das? Das ist der Kokon. Und den wollen wir jetzt sprengen, irgendwie. Ich würde es an deren Stellen gar nicht zu meiner machen. Nach oben gehen und da irgendwie eine Atombombe draufknödeln. Ich glaube, mit 4000 Fuß unterm Meer, ähm, Meeresspiegel muss man schon was machen. Da werden die halt niemals alle bekommen. So, ist halt dumm. Bei allem stürzt auch alles über uns ein. Ja. So nämlich. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen. Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Sag gerade, lenken auch welche ab. Und wir stellen, nehmen wir wenigstens ein paar dieser Viecher mit. Okay. Hm. Wer platziert das Dynamit? Ach, scheiß drauf. Ich mach's. Du spinnst. Wir machen's zusammen. Hey, die sehen uns. Wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder. Okay, ich hoffe, ich muss Nick spielen. Dann kann ich's schön verkacken. Vor allem die Frage ist, sagt er das nur, weil er jetzt gekratzt worden ist? Man sieht aber seine Wunde auch gar nicht mehr wirklich. Aber ja, nicht zu früh, dann Rundfummel. Du bleibst immer in Funkkontakt, klar. Und wenn ich keinen Empfang habe? Geh mich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Okay. Sei schnell und vorsichtig. Verstanden, Kumpel. Okay, ich bin gespannt. Sie sagt auch gar nichts zu ihm mehr, ne? Nee. Nicht so, pass auf dich auf, mein Schatz. Ist ihr komplett egal. Ja. Wir wissen auch nicht, was diese Leuchtinge sind. Die Leuchtinge könnten halt einfach Kameras sein. Oh Gott, ich muss dich jetzt leiten, ne? Oh Gott, das muss ich machen. Oben links blinkt was. Ich weiß, ob ihr das was bringt. Ich bewege mich gerade noch gar nicht. Ach so. Also, ich sehe gerade noch eine Cutscene. Ansehen. Aber meine läuft gerade halt einfach so ein bisschen durch und bringt das Dynamit an. Ich muss Spots finden, wo du sie anbringen kannst. Okay. Was ist das? Also, den einen habe ich jetzt angebracht, wie es aussieht. Was sind das für Maschinen? Wie Maschinen wahrscheinlich. Wer ist der Ladung platziert? Over. Vielleicht muss ich gerade auch gar nichts machen. Du machst einfach alles. Ich habe, glaube ich, ein paar Orte gespottet, wo man es hin platzieren muss. Von hier sieht alles frei aus. Wo lang? Links, rechts. Okay, links oder rechts, musst du jetzt sagen? Wir sehen keine Bewegung. Entscheid du. Äh, ich sehe gerade noch nichts. Oh, ich soll entscheiden. Okay, warte mal. Ich gucke mir das Ganze nur an. Äh, okay. Jetzt ist ein... Ich gehe durch den dunklen Gang. Das ist nämlich jetzt der dunkle, lange Gang. Okay. Den hier... Oh nein. Das ist von mir... Der Vampir ist unterwegs. Oh mein Gott. Oh nein. Nein. Nein, nicht wieder atmen. Nein, ich muss atmen, oder? Oh no. Okay. Konzentration. Okay. Ja. Ja, geil. Oh, ich muss noch mal. Scheiße. Meine Hände schwitzen noch. Haben noch nie so sehr geschwitzt, ey. Gut, 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 gut. Claps in Chat, Leute. Jetzt geht's ab. Ja, Claps. Oh, da sitzt noch einer. Du bist so voll in Druck. Ich muss gar nichts machen. Perfekt. Der Claps zum Ende hin. So nehme ich, Leute. So ist es. So und nicht anders. Abonniert die Kanäle. Jetzt kommt aber bestimmt gleich mein Freund und Helfer. Ist das krass. Wird langsam brenzlig da unten, Bruder. Lass den Rest vom Sprengstoff legen und komm zurück. Sieh dir das an. Der Jackpot. Das ist zu weit. Okay, muss ich jetzt entscheiden, ob ich weitergehe oder zurückgehe? Ja. Ich gehe weiter. Ich muss alle töten. Aber da ist es der Nebel. Ja, aber ich gehe da rein. Ich muss es versuchen. Rein da. Es gibt nur einen Weg. Das ist viel zu einfach. Ja, das ist viel zu einfach. Der Zombie-Guy kommt. Oh mein Gott. Oh nein. Was ist denn? Es sind zu viele. Die töten ihn. Ach du Scheiße. Warum drehen die jetzt alle durch? Was bringt es ihn zu warnen? Es gibt keinen Ausweg. Oh, da werde ich mal zurückgegangen. Außer ich kann mich verstecken. Wie sieht es da oben aus? Sag es ihm. Sag es ihm. Ja. Oh, ich hätte ihn auch in Frieden ziehen lassen können. Scheiße. Ich hätte ihn auch in Frieden sterben lassen können. Tut mir leid, Nicky. Für das hier. Und auch die Sache am Checkpoint. Es ist Krieg, Jason. So was passiert. Kill out. Oh, jetzt stirbt er. Und wenn er entdeckt wird, ja. Okay, ich muss einfach nur atmen. Oh, Scheiße. Ich schaff's. Okay, weiter geht's. Alles geschafft bis jetzt. Sehr gut, sehr gut. Aber ich glaube, ich sterbe trotzdem. Wenn keiner von den sieht, dann bin ich halt. RIP. Oh, ich hab's doch klappt. Oh no, es gibt's ja nicht. Aber ich hab zwei Sachen anbringen können. Sehr gut, sehr gut. Ich darf, ich wäre so oder so nicht rausgekommen, wenn du gehörnst. Hey, chilliger Gesichter ausdrück. Holy shit. Ja, Rachel ist auch komplett egal. Die sagt gar nichts dazu, ne? Die sagt gar nichts, ne. Die ist out. Hat es überhaupt irgendwas gebracht? Glaub schon. Die verbrennen jetzt alle. Nick, antworte verdammt! Hä? Ist die lost? Die war, glaube ich, weiter hinten. Die haben ja doch schreien hören. Toten, ja, lach. Hm. Als nächstes, ich würde das Game halt gern nochmal spielen oder andere Entscheidungen treffen, ne? Ja. Hans, ich bin ein bisschen verwirrend. Warum ist er jetzt auch immer alleine? Ich verstehe es auch nicht. Weil wir Quicktime-Events machen müssen, bestimmt. Hm. Nein, nicht Salim. So viele Vampire. Hm, was machen wir? Wir müssen bestimmt gleich eine Entscheidung treffen. Hm. Oh, der arme Salim. Keiner wird zurückgelassen, oder? Ja, bitte nicht. Rette mich, rette mich. Oh nein, bitte rette mich. Ich guck so arm. Energisch, äh, fast nicht. Rette mich, ich guck so arm. Rette mich. Bitte. Salim ja zu uns. Berit. Oh, süß, wie ich mich freue. Als ich es nicht schaffe, sag meinem Sohn, ich habe alles versucht. Ja, hol mich, hol mich. Ich hole dich sowas von ab. Ich bin das armste Army. Ich bin das armste Army. Oh Gott, bitte lass mich jetzt nicht sein Leben in die Hände nehmen. Es wird auf einen anderen Spieler gewartet, okay. Oh Gott, bitte nicht. Es sind doch gar nicht so viele Vampiros, es ist immer einer. Nice. Aber Salim ist halt ein Biest, ne? Puh. Ich gebe diesem Mann nur einen Stecken und er bringt alle um. Ja. Ich will jetzt wohl auch Spaß haben. Legende, ey. Was muss ich machen? Wechseln. Okay, hab ich geschafft. Töchsen! Ja, nice. Das war die Pro-Vorhersage. Ja. Hast du das Ding gerade ernsthaft zu mir geschmissen? Hab ich. Verschwinden wir. Nice. Das ist der Aufzug jetzt noch geht, ne? Die Dinger können halt fliegen, aber ist ja egal. Naja, ne? Semperfee, freigeschalten. Mhm. Oder feil. Ich wusste, dass du es schaffst. Wir sind noch lange nicht draußen, Mann. Nee. Mein Sohn wartet auf mich. Keine böse Macht wird verhindern, dass ich ihn wiedersehe. Wir sollen überhaupt hochkommen. Wir können ja gar keine Möglichkeit hochzukommen. Hört zu. Das stimmt. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Aber ihr, so wie ihr seid. Zwei tot, ja. Ihr seid die Besten. Ach was. Die Besten der Besten. Wir schaffen's. Nach Hause. Dö, 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 dö. Avengers-Theme. Ich mach jetzt mit. Das war wirklich sehr weird. Das war wirklich sehr weird. Oh ja. Das war wirklich cringe. Wir müssen uns noch merken, was der Typ gesagt hat, ne? Langer Weg, kurzer Weg. Langer Weg führt ans Licht. Der lange, dunkle Weg gibt's. Ja, aber den hab ich schon genommen. Das war gerade eben das, was ich meinte. Glaubst du, das war nicht jetzt? Finale nochmal? Los, Lieutenant. Hm, ich glaub nicht. Was hat er denn jetzt? Weiß ich nicht. Der lange Weg führt ans Licht? Ja. Also ich hatte gerade einen Weg, der war komplett erleuchtet und ich hatte einen, der war ganz dunkel. Und ich hab den dunklen gewählt, deswegen. Ah, okay. Aber wer will so viel Salim dreht durch? Ein bisschen, ne? Naja, wir haben die Maschinengang ja noch gar nicht benutzt. Das müssen wir vielleicht jetzt noch machen. Stimmt. Hast du nicht noch irgendeine Vision gehabt, wo ich getrennt worden bin oder mir der Kopf zermatscht wurde? Ja, aber ähm... Ja, kann... Ich glaub, das war's. Ich glaub, wir haben's rausgeschafft. Zu dritt. Drei von fünf, oder? Ja. Die eine konnten wir nicht retten, die zum Vampir wurde. Ja, das glaub ich nämlich auch. Und, äh, Werner auch nicht, glaub ich. Nee. Es gab ja auch nur fünf Kerzen auf dem... Ja, stimmt. Stimmt. ...vom Erzähler, deswegen nehm ich mal an, das sind die fünf, die wir verspielen könnten. Ja. Ja, es kommt keiner mehr raus. Kannst du lange gucken. Wo sind sie? Achso, und die Vampire, die kommen ja nicht ins Tagelicht, oder? Warum kommen sie nicht? Ja, ist doch gut, wenn sie nicht kommen. Ja, wo Gott sagen. Wie haben wir das bloß überlebt? Geht es euch gut? Mit geschickten Skillchecks. Ja, aber wirklich. Leider nicht alle, ne? Wir leben. Verdammt, wir leben. Mailman 2, 1 und Coyote 2. Empfangt ihr mich? Hier, Rhino 1, 5, bestätige. In fünf Minuten sind wir bei euch. Und zur Hölle wart ihr. Over. Oh. Wird ganz weit weg gehen. Echt erstaunlich, wie hell es hier ist. Ich lebe nicht weit von hier. Die ganze Zeit war das hier unser Herz. Wird sofort wegziehen. Ja. Ich brauche eine Dusche, frische Klamotten, mein Bett und ein kühles Bier. Hallo, deine beiden Männer sind tot. Ja, stimmt. Oh. War das nicht so, dass jetzt die Katastrophe passiert? Jetzt ist... Jetzt kommen sie raus. Jetzt kommen sie raus. Ich noch mal. Jetzt kommen sie raus. Ja. Weil es ja dunkel ist. Ist das eine Mutter? Oh, ne, wo mein? Nein. 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 Wenn wir hierbleiben. Nein. 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 Ja. Ah, Luft nach der Schütze kommt gleich, oder? Ich hoffe, in fünf Minuten. Wir müssen noch fünf Minuten durchhalten, Gno. Nur fünf Minuten. Oh, Gott. Wahrscheinlich ist dann die Sonnenpinseln es um, wenn die kommen und die glauben uns nicht. Ja, wahrscheinlich. so ein paar momente ja schon ein bisschen so eine minute 23 ich habe damals eine mitbekommen jetzt kann mein kopf noch zermatsch werden denkt dran ja jetzt haben wir da rein geht es ist nichts besseres zu sagen das ist dynamit die sehen nicht cool aus ja jeder von dem muss sich gegen einen kämpfen wie es aussieht du bist dran ich musste gar nichts machen ich auch ach so jetzt muss ich was machen jetzt muss jeder noch seinen fight geben anscheinend hast du hast es drauf okay das wäre das moment wo der kommt oh gott ich muss das alles machen ja auch scheiße du machst es super nein ich habe B verpasst eine hast du noch oh gott okay jetzt bin ich dran ich werde zu verkacken jetzt muss ich schnell sein alter konzentration ok rein in den hinterkopf schön in den nacken boah oh nein ich will nicht mehr du musst aber oh fuck verkacken oh fuck verkackt scheiße scheiße alter ich will ihre finger wachsen 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 oh gott oh gott ich glaube wir haben es oh gott dieses spiel oh close gut gemacht genug gut gemacht oh gott das war der anstrengendste fight vom ganzen game ey holy shit danke Erkan und Stefan für den Raid wo sind die Döner Tiere vielen Dank ich hoffe es hat ihm geht es nicht jetzt erst raus ok ja stimmt es wird direkt abgeschossen ja gleich ein herrlicher Anblick geil ihr habt die Döner Tiere ich will auch ja wirklich wunderschön oh ne der Kastner stimmt das Loch muss man eigentlich zumachen sonst kommen die nachts raus ne oh oh na vielleicht hätte es doch überleben können mit ihm ne ja die ignorieren auch einfach diese komischen fliegenden Dinger da auf dem Dach ne hat es nie gegeben ja zwei Stück haben wir es nicht geschafft wohn ich nicht hier in der Nähe warum nehmen die mich mit ich war doch zu meinen Sohn ja Kriegsgefangen also wirklich uff die hinterher hat einfach kein Dort wie jetzt noch stehen die standen frei und diese fielen frei nicht schlecht einige Schützlinge kehrten ans Licht zurück andere blieben in der Dunkelheit überleben hat oft einen hohen Preis einen Preis den manchmal andere zahlen müssen ich freue mich auf unser nächstes Treffen vielleicht wähle ich nächstes Mal eine etwas wohligere Geschichte geil es kommt noch eine ich weiß nicht dass sie nachts noch schön durchschlafen können doch was sie auch sein wird der Abschied wird ihnen schwer fallen bis zum nächsten Mal sie kennen den Ausgang witzig ja okay jetzt ist die Frage was passiert jetzt noch bis spät dran und sieht scheiße aus höre ich öfter hinter mir was denkst du denn mach ich nicht mal dein Gesicht scheiß Film scheiß Essen null Bahnfreiheit musstest hinten sitzen neben den Klos schön der Kaffee war nicht übel echt leckere Muffin bericht gewesen auf dem Flug wie läuft es mit dem Analyse Team das ISG Team erlitt Verluste aber es war kein totaler Reinfall mussten nur ein paar vom Boden aufkratzen die Ärmsten und die Kreaturen sowas haben wir noch nie gesehen oh nein da die Parasiten Kolchek Jason First Lieutenant Marine Force Recon Bester der Besten was so wird er angepriesen fuck wie oft soll ich ihnen diese Geschichte denn noch erzählen ich verstehe aber Samcom ist besorgt wegen der Normabweichung welche die ganze Mission war nicht normal warum haben sie sich denn mit dem Feind verbündet sie waren nicht da die haben uns massakriert mit mir war es scheißegal wer es war wir brauchten jede Unterstützung ich bin durch die Hölle gegangen um Salim zu helfen der Mann war fünf von ihrer Sorte wert Semper Fiescheiße nochmal und Sergeant Kay Nicky hat es nicht geschafft hörst du auch diesen Wecker klingeln ja ich denke die ganze Zeit ist bei mir ja ich auch republikanische Garde falls man es glauben kann muss ja schwer Eindruck auf Kolchek gemacht haben wenn er ihn gerettet hat bin gespannt ihn zu treffen ich sage nichts mehr solange ich nicht meinen Sohn sehen darf so handhaben wir die Dinge hier nicht sie wissen gar nichts Jason hat mich gerettet was sagt ihnen das da unten war ihr scheißkrieg längst vorbei reden wir mehr über diese Kreaturen die Vampire es ist recht schwer zu glauben dass sie sie damit getötet haben ja aber erst lassen sie mich frei dann zeige ich ihnen wie das geht das Analyse Team sichert noch Proben am Ort des Geschehens es war ein Gemäzel sie hatten Dynamit wir wissen nicht woher sie es hatten oh ne ein Zombie wird ein Vampir ja Nicky oder? ist das Nick? ja ne schade seine Aussage hätte der Antwort sein können wow war das? ah ok ja die Leichensäcke sind jetzt halt da wo man das ist ja wie damals mit Winterfault aha das finde ich cool gemacht so ah und hier ist Colonel Eric King unser Genie vom Dienst mit sowas hat er wohl nicht gerechnet hätten es denn alles Vampire geworden ah ne naja nur noch auf dem Papier ist zu Tode gestürzt ja das hab ich gelesen frag mich ob da mehr dahinter steckt die Antwort ist mit ihm gestorben weil sein Kopf war doch nach hinten gelehnt das Blut müsste doch überall oben sein und nicht am Mund beschissenes System das stimmt so nicht für uns war es ein großer Fund Glückstreffer ist das dein Verständnis von Glück? was ist es noch zu Rachel? was ist denn das jetzt? irgendwer ins Glas gepinkelt? das ist mal ne Urinprobe tja glauben sie mir jetzt? das ist Miller er wird sie weiter befragen befragen? ihre Prioritäten sind echt verdreht die Dinger sind noch da unten was unternehmen sie dagegen? um das zu besprechen werden wir später noch Zeit haben vorerst sollten sie sich glücklich schätzen dass sie noch am Leben sind mhm die wissen nämlich Bescheid oder? ja ich glaub auch die haben ja auch grad mit den Parasiten geforscht ich hab gelernt mich nur auf mich selbst zu verlassen ich war stärker als alle der neue Mann ist Hennigy dieses Gepiepel macht mich irre ja mich auch Charlotte macht Feuertopf na klar bleibt es dabei die wissen das die haben ja auch diese Parasiten da und da werde ich mich nie gewöhnen warum solltest du? gezogen zumindest war es örtlich begrenzt ja dieses mal also was hältst du von all dem? das ist unwichtig es ist nur wichtig den Informationsfluss zu kontrollieren die werden bestimmt noch anmaskt und das ist dann ein Spoiler für die nächste ja oder die töten uns jetzt weil wir halt Zeugen sind ja dann machen wir mal ganz schnell weg wegen Cordy Wright ich warte auf anderen Spieler sorry publisch bei Bandai Namco und der Daemon you wanna know you wanna know what means to be a killer think of the most profound thing you've ever done the most beautiful thing you've ever created and I promise you it's nothing compared to watching the life bleed out of someone to see the fear in their eyes to feel them Oh, quasi Saw. Das sieht aber krass aus, ja. Season 1 Finale. The Devil in Me. Geil. Das sieht echt cool aus. Das sieht nice aus. Ja, Leute, das war's von House of Ashes. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wie fandet ihr es? Was ist euer Lieblingsteil? Pro und Contra? Haben wir irgendwas übersehen, was Wichtiges? Haben wir euch alle überlebt oder nicht? Würde mich sehr interessieren. Mit Daumen nach oben würde ich mich immer freuen. Kommt gerne auf www.twitch.tv und schreibt gerne in die Kommentare. Ich freue mich. So, und jetzt raus! Ja. O, der Herr. Sky. 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 Untertitelung des ZDF, 2020